Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ach ja, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir haben die Kognak-Schwenker rausgeholt, wir haben Glühwein-Intus, wir haben mindestens schon vier bis sieben Spekulatius-Kekse gegessen. Der Weihnachtsbraten ist, je nachdem wie man es nimmt und wie man es hört, verdaut. Vielleicht war er schlecht, vielleicht war er zäh, aber das Jahr war ja auch selber zäh. Schönen guten Tag zum kleinen, feinen Jahresrückblick des Tele-Stammtisch mit dem guten Max und mir, dem Timo. Hallo. Ja, auch hallo hier aus dem jetzt auftauenden München. Wir nehmen kurz vor Weihnachten auf und wissen jetzt beide hoffentlich schon, warum hast du das mit der Verdauung eigentlich angesprochen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß noch nicht mal, was ich mir eigentlich mache über die Feiertage. Aber hallo erstmal, grüß dich, schönen Abend. Gibt es kein traditionelles Rauscher-Menü an Tag 1, Tag 2 und an Weihnachtsabend? Was jetzt wirklich langweilig ist, nee, gibt es nicht. Ich bin ja seit, also früher gab es dann schon immer so diese ganze, keine Ahnung, da haben wir das Fleisch nachgeholt, dass man das Jahr über nicht gegessen hat. Jetzt als Vegetarier ist das ein bisschen anders. Macht man sich dann eben, also gar nicht, irgendwelche anderen Dinge. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, was ich letztes Jahr gemacht habe. Was zumindest auf jeden Fall sein wird, so als kleiner Übergang in unsere Sendung. Es werden wahrscheinlich sehr viele Filme geglotzt über die Feiertage. Ich schätze mal bei dir auch, wenn es die Kids zulassen. Ja, und ich bin auch richtig gut in den Crunch-Time sozusagen. Also wenn das ein bisschen mehr Zeit da ist, ein bisschen mehr Muße auch da ist, Filme zu gucken. Denn ich merke das so, im Alltag ist es doch manchmal so, dass man eigentlich Lust hätte, was zu gucken. Aber dann am Abend doch irgendwie bei einer halben Stunde YouTube versackt, weil man irgendwie ein cooles Making-of sieht oder ein interessantes Interview. Und ich dann manchmal merke, oh, weißt du was, geh jetzt doch lieber ins Bett, bevor du irgendwie da bis halb eins in der Woche sitzt. Und dann am nächsten Tag, dass dir dein Körper wieder dankt und auch vor allen Dingen deine Müdigkeit. Aber ich bin da mittlerweile relativ gut in diesem, so jetzt haben wir Zeit, jetzt wird geguckt, geguckt, geguckt. Ja, es ist immer so diese Commitment-Phase, die man sich dann selber auferlegt. Und dann schaue ich aber auch, entweder das oder ich bin krank. Das sind so diese zwei Optionen, entweder man hat dann Feiertage oder man liegt mit Fieber daheim. Dann funktioniert das auch. Vor allem, weil man dann ja auch da liegen kann und sagen kann, okay, pass auf. Vielleicht nehme ich heute mir so die ganze Watchlist vor, die immer so auf Halbmast war, die Lust, weil man eben keine Erwartungen hat. Und dann der Daumen schnell auch mal gern auf, okay, jetzt schalte ich ihn ab, geht. Wobei, geht halt dann im Kino nicht. Das sorgt bei mir für zwei Anschlussfragen. Die erste schiebe ich mal vor. Bist du jemand, der auch mal, wie ich, sagt, nee, der Film ist gar nichts für mich und bricht ab zu Hause? Oder guckst du immer brav zu Ende? Egal wie doof oder wie sperrig oder wie falsch du den findest. Ich würde sagen, ich habe so eine Quote von 1 zu 10, würde ich sagen. Einer von 10 Filmen wird abgebrochen. Und ich sage mal, es gibt sicherlich auch Abbrecherfilme, die vergesse ich einfach. Da drücke ich auf Pause und dann ziehe ich meine Hose an oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was halt dann eben diese Pause verursacht hat. Warum ist das bei mir eigentlich immer Hose anziehen? Egal. Oder man geht mal aufs Klo oder so. Und dann, wenn ich zurückkomme, habe ich schon vergessen, dass ich den Film gesehen habe. Das ist dann, vielleicht spricht das nicht unbedingt für die Filme. Ja, ich habe da die eiserne Regel, wenn ich mich am nächsten Tag nicht mehr erinnern kann, was ich, also ich bin leider jemand, der mittlerweile auch bei neuen Sachen, also wenn er was Neues guckt, einschlafen kann. Wenn ich mich am nächsten Tag nicht mehr erinnern kann, was ich geguckt habe, gucke ich es nicht weiter. Ja, das ist vernünftig, denn, ja, man muss sagen, es gibt halt auch zu viel. Früher hat Filmrollen Geld gekostet, so eine SD-Karte kostet halt nichts. Ja, so ist es. Und die eigentliche Frage, gibt es bei dir diese, von diesen Weihnachtsklassikern, also ist das Leben nicht wunderbar und stirb langsam oder tatsächlich Liebe? Ist da irgendwas bei Max auf der Heavy Rotation, dass du jedes Jahr guckst, also irgendwie eine schöne Bescherung muss am Weihnachtsabend sein oder Kevin allein zu Hause muss am ersten Weihnachtstag sein? Oder bist du da jedes Jahr mal wieder was Neues? Wie sieht das bei dir aus? Nee, tatsächlich, da bin ich sehr frei von irgendwelchen Traditionen bei mir. Ich glaube, so in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen diese 99-Cent-Aktion-Tradition bei Amazon Prime, wenn man das so nennen kann. Die hauen ja dann immer zu den Weihnachtsfeiertagen doch so einen ganz großen Pulk irgendwie raus. Da gehe ich halt dann so in die virtuelle Videothek, leih mir ein paar mehr aus, als ich sonst unterm Jahr mache und die glotze ich dann. Das ist so ein kleines Nachholprojekt am Ende des Jahres. Ja, und ich merke wieder, dass mir manchmal so die, also ich habe tatsächlich Liebe wirklich schon sehr häufig gesehen, deswegen muss ich den nicht immer gucken. Ich habe dieses Jahr endlich mal wieder The Longest Goodnight, also Tödliche Weihnachten von Benny Harlan mal wieder geguckt. Das ist ein, oh Vorsicht, Max, das ist ein Actionfilm. Es macht nichts, den kenne auch ich. Ich meine, in erster Linie ist es ja ein Klassiker. Dann erst Actionfilm. Ja, finde ich nämlich auch. Also ich finde, der, ich habe den gestern jetzt nochmal geguckt und der ist jetzt visuell okay gealtert in einigen Sachen. Gerade bei diesen, wenn so VFX dabei ist, sieht das schon so ein bisschen schwierig aus. Aber ey, die One-Liner sitzen immer noch, diese typischen Shane-Black-isms sitzen immer noch. Ich glaube, Sam Jackson hat selber mal gesagt, dieser Mitch ist seine Lieblingsfigur, die er hier gespielt hat. Also man merkt ihm das auch total an, dass er totale Spielfreude hat. Herrlich. Guter bis okayer Bösewicht. Wie gesagt, Story ist halt Shane-Black, das ist halt immer eine große Verschwörung in Regierungskreisen und so weiter. Aber ich hatte immer wieder richtig Bock, den zu gucken und bin wieder mit einem wohligen Gefühl aus so einem 90s-Action-Film gegangen. Muss ich wirklich sagen. Wieso auch nicht? Ja, statt mal deinen Haken. Da spricht ja nichts dagegen. Eben. Ne, das Ding ist ja auch, ich glaube, dass Filme, ganz wenige Filme, die ich beim zehnten Mal gucken, wenn überhaupt, ich überhaupt so viele Filme schon zehnmal gesehen habe. Aber die dann beim zehnten Mal gucken, immer noch so ein Wohligkeitsgefühl geben. Es gibt Filme, die schalte ich ein, die ich schon oft gesehen habe und ich merke dann, dass ich 70 Prozent der Zeit eigentlich gar nicht auf den Film glotz, sondern auf meine Füße oder so. Und auch da muss man dann sagen, vielleicht sollte man dann ein paar Jahre Pause dazwischen einlegen, bevor man den das nächste Mal guckt. Ja, und gleichzeitig gibt es dann wieder Filme, die können sogar im linearen Fernsehen laufen und ich merke, scheiße, ich bleibe hängen. Also sogar manchmal im Privaten mit Werbung denke ich, nee, komm, manchmal ist der zu Hause in physischer und digitaler Variante vorhanden und trotzdem bleibt man dann da hängen, weil man denkt, soll ich jetzt nochmal den Film anfangen? Und dann ihn quasi im linearen Fernsehen einholen? Ach komm, pfeif drauf, mach einfach. Ich habe sowas früher immer mit, glaube ich, Filmen, Kategorie, Willow oder unendliche Geschichte irgendwie sowas gehabt, wo man sich dann an manche Brocken im Film gar nicht mehr so wirklich erinnern konnte, weil einem da die ganzen anderen ikonischen Sachen dann eher so im Gedächtnis sind. Und man da dann hängen bleibt und sagt, was, sowas ist da auch passiert? Ah, schön. Und dann, weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht sind das, vielleicht, also wenn irgendwas Weihnachtsfilm bei mir ist, dann ist es tatsächlich so ein bisschen diese 80s Fantasy. Aber ich weiß gar nicht, ob es im linearen Fernsehen überhaupt noch kommt. Und daheim habe ich es nicht, also von dem her. Und bist du so ein Herr der Ringe, Harry Potter, hätte dann auch das so, weil das sind ja irgendwann so keine Weihnachtsfilme, aber das sind so Filme, die viele ja zu Weihnachten sich nochmal komplett geben. Bist du da auch an Bord? Also tatsächlich, Herr der Ringe schaue ich mir gern an, wenn ich Lust drauf habe, aber das muss jetzt nicht Weihnachten sein, ist sicherlich schon mal vorgekommen. Und Harry Potter, Schande über mein Haupt, aber da kenne ich tatsächlich nur die ersten beiden. Und ich bin keine Harry Potter-Generation. Also ich bin knapp dran vorbeigeschrammt, glaube ich. Sowohl über das Lesen als auch über das Glotzen. Ja, muss wirklich sehr knapp sein, weil ich glaube, ich bin, also das geht jetzt privat, aber meine Frau guckt die, glaube ich, jedes Jahr an Weihnachten, die Potter-Filme. Herr der Ringe haben wir ein paar Jahre nicht gemacht. Aber das liegt natürlich auch an dem Vermalledeiten-Zeitproblem, das man einfach nicht immer kann. Holst du dann deine zwölf Stunden? Keine Ahnung, da brauchst du ja dann schon bis jetzt vielleicht. Wenn dann immer diese Gretchenfrage Extended oder Kino-Frage, dann sagt man natürlich, ja komm, diese viereinhalb Stunden Extended-Version, die sind schon gut. Und dann guckt man sich die natürlich doch an. Er hatte mal einen Arbeitskollegen, der das mit seiner Frau dann tatsächlich immer so ein bisschen Marathon-mäßig hat. Hat mich dann auch gewundert, die hatten auch drei Kinder. Anscheinend lassen sich solche Sachen dann doch irgendwie einrichten, aber nee. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich die dann am Stück überhaupt gucken könnte. Das ist mittlerweile, also ich schaffe das an Tagen, wo ich dann wirklich flach liege, schaffe ich das quasi, mich mit Filmen zu beschäftigen und nur Filme zu gucken. Aber ich merke, wie anstrengend das ist. Und deswegen, ich glaube auch deswegen habe ich ein bisschen in den letzten Jahren bei Herr der Ringe so ein bisschen die Finger davon gelassen. Die letzte Komplettsichtung ist wirklich schon sechs, sieben Jahre her, würde ich schätzen. Das könnte bei mir gut hinkommen. Also, ja, es war auf jeden Fall vor, bevor Covid kam. Und ja, nee, nee, ich glaube tatsächlich, sechs Jahre trifft es ganz gut. Ich glaube, da war ich auch noch gar nicht in der Wohnung, in der ich jetzt bin, als ich den das letzte Mal gesehen habe. Ja, das wäre auch bei mir so ein Gradmesser. Also, wir sind vor, jetzt sind wir 23, vor sieben Jahren umgezogen. Und hier habe ich noch nicht Herr der Ringe ausgepackt. Und er liegt, zu meiner Schande, steht er im Regal als Blu-Ray-Box, als 4K-Box und bei iTunes in digitaler 4K-Variante. Und ich habe ihn trotzdem noch nicht gesehen. Den kannst du ja dann nächstes Jahr nach Kassel mitnehmen. Zum Beispiel. Das ist ja ein Bringer. Also, ich wüsste auch ad hoc mindestens zwei Kollegen, die sich da zwölf Stunden einschließen würden und sagen würden, jetzt machen wir einen Audio-Flick dazu. Ja, ein Live-Audio-Kommentar auf Twitch. Das glaube ich. Also, das könnte was werden. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, ich habe auch ein sehr gutes Gefühl. Überhaupt. Lächstes Jahr. Wie waren denn deine Gefühle so hinsichtlich des Films? Ich sage jetzt mal nicht Kino, sondern Film Jahres 2023. Es gibt ja so die zwei Lager. Die einen sagen immer, das war alles furchtbar und alles der gleiche Scheiß. Und die anderen sagen, naja, komm, also da waren schon ein paar starke Filme dabei. Wo verortet sich denn der Maximilian Rauscher? Ich sehe es immer ein bisschen so im Vergleich. Mir fallen im Vergleich jetzt schon mal die zwei Filmjahre 2018 und 2021. Ich weiß nur nicht, ob es wirklich die Jahre sind oder die Oscar-Verleihungen, aber ist egal. In denen ich die Jahre wirklich schlecht fand. Dieses Jahr wäre mir jetzt nichts außergewöhnlich Schlechtes aufgefallen. Jetzt, wenn ich meine Liste so durchgucke, so ein richtiges Mega-Highlight war vielleicht für mich persönlich jetzt mit dabei. Aber ich weiß nicht, ob die Qualität an sich so hoch war in dem Jahr. Also persönlich war es ein gutes Jahr. Ich würde sagen, ein oberes Drittel. Aber so rein objektiv, da müssen wir vielleicht ein bisschen drüber reden. Das kann ich jetzt tatsächlich schlecht beurteilen. Bei dir? Ja, ich versuche gerade, wenn wir jetzt mal als Gradmesser nehmen, dass die Großen ja was rausgebracht haben. Ich nenne jetzt mal, auch wenn er natürlich in den Starten schon vorher in den Kinos lief, Spielberg's The Fablemans. Wir hatten dann aber vor allen Dingen Ende diesen Jahres Killers of the Flower Moon, den neuen Scorsese. Wir hatten den neuen Fincher mit The Killer. Wir hatten etablierte Marken dabei, also viele Fortsetzungen. Saw X, Fast X, John Wick 4, Across the Spider-Verse, also Animations-Spider-Man Teil 2. Wir hatten einen dritten Ant-Man, wir hatten einen zweiten Tyler-Rake-Extraction, wir hatten einen fünften Indie. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass viele der Fortsetzungen wenig bis gar nicht gezündet haben. Und auch die großen, ich nehme jetzt mal Killers of the Flower Moon ein bisschen raus, weil den fand ich gut. Aber da kommen wir vielleicht noch später zu. Aber ich fand Fablemans halt wahnsinnig nichtssagend. Also ich habe ja Anfang des Jahres, ohne dass ich den Film sah, damals eure Besprechung von Lieder und Dir gehört und dachte, Mensch, sind die nicht ein bisschen zu kritisch? Und jetzt habe ich den relativ spät im Jahr nachgeholt bei einem Streaming-Anbieter und bin wirklich ein bisschen, ich dachte so, ja, ist ganz nett, aber viel zu erzählen gibt es jetzt ja eigentlich nicht. Und so diese gute alte Spielberg-Magie versprüht der jetzt ja auch nicht so reich halt. Ja, ich glaube tatsächlich, was mich da, vielleicht habe ich es in der Besprechung damals gesagt, vielleicht habe ich es ja auch nur gedacht, dann sage ich es jetzt nochmal, dass gerade für einen Film, der mehr oder weniger die Liebe zum Kino ein bisschen beschreiben soll, hat es irgendwie nicht geschafft, mir zu erklären, warum er das Kino so sehr liebt. Ja, das ist der eine Punkt, der bei mir auch ganz schwer ins Gewicht fällt, warum ich mit dem Film ein bisschen fremde. Aber spannenderweise finde ich, das ist auch etwas, was sich so ein bisschen durch das Kino ja zieht, weil so bei einigen großen, hochgehandelten Kandidaten für Awards hatte ich immer das Gefühl, gerade so die Biopics, die großen, wir hatten ja ein paar dieses Jahr, dass die mir nie ein Gefühl vermittelt haben und zwar wirklich viele, also seien es der omnipräsente Oppenheimer oder jetzt zuletzt auch Maestro von Bradley Cooper und mit Bradley Cooper natürlich auch, also Bradley Cooper inszeniert, Bradley Cooper ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. So müssen wir es verbinden, aber gut. Ja, gehört glaube ich, wäre für Hollywood ratsam. Also das ist ja, auch da haben wir schon eine Besprechung von Lieder und Chris, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Das schreit halt so nach, gib mir doch endlich meinen Oscar, ich habe ihn wirklich verdient. Ja, aber dann kommt er auch nicht gut genug an, wahrscheinlich bei den Kritikern, keine Ahnung. Nee, und wenn du so, also ein Biopic, das heißt für mich so, ich erfahre etwas über eine lebendige oder eine reale Person und habe danach auch so ein Gefühl, dass ich mehr weiß als vorher, dass ich mehr spüre und verstehe, wie so die Person zumindest in der effektiven Variante auf der Leinwand, wie sie getickt hat. Und weder bei Leonard Bernstein noch bei Dr. Robert Oppenheimer hatte ich jeweils das Gefühl, dass ich so ein wirkliches, dass ich so emotional an dieser Figur irgendwie gepackt war und dass ich irgendwie verstanden habe, warum der Oppenheimer jetzt so genial ist und der Bernstein so ein, also der erste englische oder US-amerikanische Komponist da, der da so groß geworden ist. Nichts liefern beide Filme und das war so, ich fand, das zog sich so ein bisschen in das Kinojahr, dass sich viele Filme so behauptet haben, sie wollen ganz viele Emotionen und ganz viele hinter die Fassade blicken und das dann irgendwie doch leider nicht getan haben. Aber so insgesamt, ich hatte das im Vorgespräch ja gesagt, ganz lange Zeit hatte ich nur einen einzigen Film, den ich besser als vier Sterne bewertet hatte. Und dann kamen so im Laufe der letzten Wochen, kamen so peu à peu die Sachen dazu, so nach dem Motto, jetzt muss auch mal was kommen. Liegt natürlich einerseits daran begründet, dass ich viel nachgeholt habe und andererseits auch die wirklich starken Sachen dann wirklich teilweise durch Zufälle oder sehr kurzfristig sehen konnte und da einfach ganz, ganz tolle Sachen dabei waren. Und da jetzt dann auch meine Anschlussfrage, weil du ja jetzt nicht so wie ich das Glück hast, dass du aus der Haustür rausfällst und in fünf Kinos eigentlich das gesamte Programm sehen kannst und bei dir ist ja immer ein bisschen mehr Aufwand geboten. Wurden die Filme dann in Flensburg und Umgebung überhaupt alle gezeigt oder war es dann doch so, man muss ein Trip nach Hamburg her? Ja, das ist nämlich das zweite Problemchen, aber das ist natürlich auch so ein, sagen wir mal so, aufgrund seiner Tätigkeit ist es natürlich so, dass wir vielleicht lieber in eine Presseverführung gehen als in eine reguläre Vorstellung. Das soll gar nicht arrogant klingen, aber es ist natürlich einfach schön, wenn man weiß, dass da alle sitzen und den Film entweder sehen müssen oder sehen wollen und nicht irgendwie nur quatschen wollen oder irgendwie da eine TikTok-Challenge draus machen wollen. Und so gab es eine Menge Titel, ich sage jetzt mal nur so zwei, drei Past Lives, das habe ich nicht im Kino gesehen, weil er hier gar nicht lief. The Killer, also den Fincher, der hatte ja nun einen limitierten Start im Kino, war hier keine Chance. Also ich glaube, das Nächste wäre gewesen, dann irgendwie nach Hamburg zu fahren. Dafür, muss ich dann ehrlich sagen, war mir The Killer. Wenn du weißt, ach so, der kommt ja in zwei Wochen bei Netflix raus, dann wird man ja irgendwann so ein leichter Ökonom und sagt dann, nee, komm, das lohnt sich auch nicht. Naja, ist aber auch verständlich. Also da würde ich niemandem den Strick draus drehen oder ihn als Nichtsiniast verurteilen, weil er das nicht... Ja. Das wollen wir hier auch heute gar nicht machen mit euch, wenn ihr uns zuhört und vielleicht auch sagt, Mensch, das habe ich alles gar nicht gesehen und wie viele Filme haben die denn geguckt? Ja, natürlich gucken wir vielleicht ein bisschen mehr als der Orthonormal-Kinogänger und Verbraucher und die Leute, die sich vielleicht als Filmliebhaar bezeichnen, aber dann vielleicht 20 Filme pro Jahr gucken. Aber wir sind trotzdem jetzt nicht irgendwie zehn Filme am Tag schaffer, das muss man auch an der Stelle sagen. Auch unsere Tage haben nur, ja, sagen wir mal, vier Stunden Feierabend. So ist es. Apropos, damit ihr jetzt nicht denkt, Mensch, was quasseln die da einfach, wollen die da uns ein bisschen zutexten? Wir haben uns ein folgendes Vorgehen überlegt. Wir haben jetzt beide eine Top 5 erstellt. Die ist jetzt nicht repräsentativ für den Tele-Stammtisch, sondern es sind unsere persönlichen fünf Lieblingsfilme des Jahres, würde ich sagen. Kleine Regel gab es dazu, die müssen natürlich seit diesem Jahr auch im Kino oder im Streaming verfügbar sein. Das heißt also, Dinge, die wir schon in der Pressevorführung gesehen haben oder vorab sehen konnten, die aber noch gar nicht erschienen sind, haben wir rausgelassen. Da machen wir es anders als der gute David Hine und sagen, ja, das kann man dann ja im nächsten Jahr empfehlen. Das tut ja niemandem weh, wenn man das jetzt weglässt. Ja, ja. Ich meine, kann jeder machen, wie er will, aber wir machen es halt jetzt so. So ist es. Ja. Und natürlich, damit es nicht zu langreich wird und ihr jetzt eine halbe Stunde den Maxchen zuhört und dann eine halbe Stunde mir, machen wir es natürlich ein bisschen Pingpong-mäßig. Das heißt, Max sagt seine Top 5, ich sag meine Top 5, aber dann natürlich Platz 5, Platz 4 und so weiter. Und ein paar Honorable Mentions haben wir noch dazu gepackt. Das sind dann Filme, die vielleicht nicht ganz in die Top 5 reichen, die wir aber euch mit auf den Weg geben möchten, weil wir doch finden, dass die eine gewisse Qualität ausgemacht haben. Jo, das könnte ich schöner nicht sagen. Möchtest du dann mal mit deinem Platz 5 starten und den Hörerinnen und mir natürlich spendieren, welcher das ist? Ja, mein Platz 5 ist mein Feelgood-Film des Jahres, der es auch nur in diese Liste reinschaffen darf, weil er eben offiziell auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen ist. Soft and Quiet, eine sehr, 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 sehr kleine Produktion. Ein Film, der in einem One-Take gedreht wurde und sich, ja, über den sollte man tatsächlich eigentlich im Prinzip überhaupt nichts sagen, weil eben die, sogar die kleinste Synopsis im Prinzip den Knall vorwegnehmen könnte. Und es ist sehr schwer, den irgendjemandem zu, ja, schmackhaft zu machen. Es ist, ich würde sagen, ein sehr sozialpolitischer Film. Mhm. Und es ist ein Film, bei dem man, sag ich mal, die dunklen Seiten der USA vielleicht ein bisschen beleuchtet bekommt. Ja, also die, wie ich schon so sage, also, ich würde schon fast von abgrundtief dunklen Seiten sprechen. Ja. Weiß ich, hast du den auch tatsächlich beim Fantasy-Filmfest gesehen? Nee, eben nicht. Also es ist so, und er lief bei uns Fantasy-Filmfest, glaube ich, an einem Sonntag um 10 Uhr früh oder so. Das war tatsächlich so ein Einschränk. Das Wort zum Sonntag, sehr schön. Und da wusste ich, ich wusste vorher schon, okay, der Film, der hat keinen, also, da werde ich nicht rausgehen und dann will ich rosa Streusel auf mein Eis, sondern da brauche ich dann erstmal meine Ruhe. und den habe ich dann anderweitig gesehen. Ja, Tito, also, man ist ja manchmal dankbar, wenn man das Fantasy-Filmfest auch nicht genau vor der Haustür hat, dass man ein bisschen von den Verleiern beziehungsweise der Agentur ein bisschen was bekommt und ich habe den auch zu Hause gesehen und puh, also, ich kann da auch gar nicht oder möchte am liebsten gar nicht so viel drüber sagen, weil da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er den sich angucken möchte, weil er wirklich harter Tobak ist, wie ich finde. Ja. Aber es lohnt sich, also, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Film. Also, kein Stimmungsaufheller, das muss man wirklich sagen. Nee, das in Anführungszeichen Schöne an dem Film ist, dass er einfach linear von der ersten bis zur letzten Minute immer schlimmer wird. Ja. Und wenn man es einfach nicht mehr aushält, dann macht man einfach aus. Oder in dem Fall müsste man dann aus dem Kino gehen. Deswegen, vielleicht ist das tatsächlich einer fürs Heimkino, den man dann auch in den Tappen genießen kann. Ich meine, es ist jetzt tatsächlich kein Film, der irgendwie grafisch sehr, sehr böse ist. Also, keine abgetrennten Gliedmaßen oder sowas jetzt. Nicht in der Hinsicht schlecht oder wie, wie hießen diese, diese Torture-Pornfilme aus Frankreich. in den 2000ern Martyrs und Freunde. Nee, in die Richtung geht er nicht. Aber er hat halt einfach diesen psychologischen Effekt, dass, ja, man viele unangenehme Dinge ansieht. Und was gibt es Unangenehmeres als schlechtes menschliches Verhalten? Ja, das ist es wirklich. Also, davon, der brennt auch so immer mehr im Laufe der Laufzeit. Also, der wird immer, also, der wird eben nicht Soft and Quiet, sondern der wird wirklich das quasi Gegenteil davon. Das ist wirklich ein, ein Jammer, dass der nach wie vor keinen großen Kinostart in Deutschland oder eine Auswertung überhaupt erfahren hat. und das ist ja bei vielen Fantasy Film Fest Highlights doch dann irgendwann der Fall, dass dann Cape Light oder ein sonstiges kleines Label sagt, den bringen wir irgendwie als schönes Media Book raus oder so. Ja. Das ist hier nicht der Fall. Aber ich glaube auch, dass der ziemlich in Kritikerkreisen gespalten hat. Also, ich meine sogar, dass die Kollegen von Filmstarts glaube ich nur anderthalb von fünf gegeben haben. Das würde mich auch nicht wundern, weil es ist, es ist tatsächlich ein, also, der Film geht komplett auf persönliche Präferenz irgendwie. Wenn es ne, wenn es den, vielleicht sogar zu einem falschen Zeitpunkt nur anschaust und eigentlich was damit anfangen könntest, könnte er auch noch hinten losgehen. Also, von dem her, was man ihm nicht absprechen darf, ist ganz einfach die Machart, weil, weil er einfach sehr, sehr viel von diesem, von dieser Spannung einfach behält und dieser Tension. Ich meine, ich hatte das dieses Jahr lustigerweise auch bei Leave the World Behind, der aber komplett anders funktioniert, aber auch diese Spannung irgendwie hatte, so dieses, dass man einfach ein bisschen unruhig die ganze Zeit auf seinem, auf seinem Arsch sitzt und ja, nur sind die beiden Filme dann ansonsten nicht so wirklich miteinander zu vergleichen, obwohl sie auch beide politisch sind. Also, gut. Ja, das ist auf jeden Fall. Jetzt hast du lustigerweise persönliche Einstellung genannt und das bringt mich natürlich zu meinem Platz 5, weil da schiebe ich gleich vorne weg. Das ist nicht der 5 beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, sondern da spielen ganz viele Faktoren rein. Ich war bei einer Community-Premiere, das heißt, da waren einfach, der Saal war gerammelt voll, die Stimmung war gut, da waren Leute, die hatten Bock auf den Film. Da waren viele bekannte Gesichter, die ich sonst in den Presseverführungen sehe. Ich spreche, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich mit Tomaten beworfen, ich spreche tatsächlich von DC's The Flash. Das ist der vor, vorletzte Film des jetzt gerade beendeten DCEU's gewesen, mit Ezra Miller auch einer Personalie in der Besetzung, die sehr, sehr kontroverse Dinge in den letzten anderthalb Jahren von sich gegeben und getan hat. Aber ich hatte eine verflucht gute Zeit im Kino. Ich habe ihn tatsächlich zu Hause auch nochmal nachgeschaut, und das war auch beim zweiten Mal einfach ein durchweg für mich kurzweiliges, unterhaltsames, manchmal bewegendes, manchmal wirklich spannendes Erlebnis. Also ich will den gar nicht zu hoch loben, ich sage es nochmal, es ist nicht der fünft beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, aber das ist für mich in den Filmen, die ich gesehen habe, ist es mein Platz 5, weil ich einfach mit dem Film eine Menge an Begleiterscheinungen aus dem ersten Kinobesuch verbinde und deswegen, ich schäme mich fast ein bisschen, das muss ich ehrlich aber sagen, dass ich diesen zu meinem Platz 5 gekürt habe, aber es ist halt mein persönlicher Eindruck und ich fand den durchaus unterhaltsamer als einige meiner Honorable Mentions, die aber von der filmischen Qualität her sicherlich diesem Muschetti-Film da überlegen sind. Also wir haben jetzt bei Soft and Quiet ja keine Synopsis zusammengefasst, weil ich glaube, wer den Film gesehen hat, der weiß, worum es geht, wer ihn nicht gesehen hat, will ihn auch nicht sehen, weil er sowieso weiß, dass die und da hat er natürlich ein großes Manko, der hat halt wirklich keine guten CGI-Effekte und V-Rex-Effekte, die sind einfach wirklich nicht gut gerendert, aber dennoch für mich ein Film, der mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, wirklich, ich habe sehr, sehr selten in einem Blockbuster so viel gelacht wie bei The Flash, für mich haben also die Comedy-Elemente funktioniert, für mich hat die Story, die sehr persönlich war, funktioniert, bei vielen Sachen, die so an visuellen Ideen dabei waren, da war ich wirklich nicht raus, aber da habe ich zumindest für mich entschieden, das ist vielleicht nicht ganz so was für meine Augen, aber es wiegt für mich nicht so schwer, weil der Rest für mich stimmig war und funktioniert hat. Es gibt ja Menschen, die dann so sagen, war eigentlich alles ganz gut, aber die Effekte waren scheiße, eineinhalb von fünf, das bin ich halt nicht. Ja, aber da bist du tatsächlich. Ich bin ein bisschen genugsamer. Und ich glaube, dass der Film, ja, das sind halt eben die Dinge, die dann am Ende hängenbleiben, der Preis und dann wie es aussieht. Und dann kommt irgendwann einmal zwei Monate später der Creator raus, der nur ein Drittel postet und anders aussieht. Ich glaube, das ist eben so ein bisschen diese, ja, ich glaube, das beschreibt aber auch dieses Film ja ganz gut, finde ich, dass man da doch jetzt langsam ein bisschen hellhöriger wird, vor allem jetzt, was auch Arbeitsbedingungen und sowas angeht. Man hat ja den Streik und man weiß ja auch, dass die ganze CGI- und VFX-Geschichte streckenweise ja nicht am Talent, sondern einfach nur an der Zeit eben die Qualität zu wünschen übrig lässt und dann eben so das ein oder andere nicht unbedingt fertig gerendert aussieht. und ich finde es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass da jetzt mal ein paar Beispiele reinkommen, die unter Umständen auch einem nicht ganz so geschulten Auge sagen können, ey, pass mal auf, hier und da, wenn du da mehr Details hättest, dann würde der Flash wahrscheinlich besser aussehen, wenn der noch ein halbes Jahr bekommen hätte oder so. Aber gut, das ist jetzt Wunschdenken. Die Industrie musste da ja auch an der einen oder anderen Stelle, was Covid angeht, ein paar Einsparungen einnehmen. Der Film, glaube ich, wurde auch 200.000 Mal verschoben, hatte 360 Nachdrehs, also von dem her, ja, er hatte wirklich eine Menge Ballast im Rucksack und gleichzeitig dieses irgendwie dahin sichen, DC Extended Universe, dann haben sie noch irgendwie versucht im Marketing quasi zu sagen, ja, aber nee, der ist schon noch, also wir wissen, wir starten ja neu, aber irgendwie ist der schon noch wichtig und man saß da immer und dachte, ja, das könnte ja tatsächlich durch diesen Multiversums Aspekt irgendwie sein, aber es verhielt sich lustigerweise wie 2022 zwischen Everything, Everywhere, All at Once und wenige Wochen später kam dann Doctor Strange 2 ins Kino und man dachte, okay, das eine ist ein Multiversumsfilm und das andere ist eine Comicverfilmung mit der Behauptung, und man spielt in Universen und hier war es genauso, wir hatten dieses Jahr mit Across the Spider-Verse den wirklich deutlich besseren, kreativeren, visuell faszinierenderen Multiversumsfilm und dennoch habe ich mit Flash wirklich eine verdammt gute Zeit gehabt und das ist, ich schäme mich nicht. Nee, nee, musste auch gar nicht, mein Gott. Erstens mal haben Stu und ich irgendwann mal dieses Jahr beschlossen, dass sowas wie guilty pleasures gibt es nicht. Das ist, wenn es für dich ein Pleasure ist, ist es ein Pleasure, musst du dich nicht guilty fühlen. und ich finde es ja auch gut, wenn man aus den Filmen, die vielleicht kritikermäßig gar nicht so gut wegkommen oder eben als Katastrophe gelten, das kann man ja jetzt bei der Flash ruhig sagen, dass man da trotzdem noch die Sachen rauspicken kann, die einem dann gefallen haben, weil die müssen ja dann mehr oder weniger den Bestandstest irgendwie bestanden haben, von dem her. Ich habe ihn nicht gesehen, ich kenne eben tatsächlich auch nur die schlechten Dinge, die gesagt wurden und auch wurden mir persönlich auch nur wahrscheinlich die am katastrophalsten aussehenden CGI-Geschichten irgendwie gesagt, aber ich habe auch mitbekommen, dass Leute wie die bei Red Letter Media zum Beispiel, auch die fanden natürlich das ein oder andere sehr katastrophal, aber auch die hatten irgendwie ihren Spaß dabei. Vielleicht ist das tatsächlich dann so ein Ding, dass du eben auch mit der richtigen Einstellung da dann eine gute Zeit haben kannst. Ich glaube, dass man bei einigen oder dass einigen nicht dazu, und das ist kein Vorwurf, aber es ist schon schwierig, weil der Film einem bei vielen Dingen abverlangt, dass man darüber hinweg sieht. Also die Produktionsgeschichte, die Personalie Ezra Miller, die eigentlich dann nicht mehr Wichtigkeit oder die Relevanz für ein irgendwie zusammenhängendes Filmuniversum. Dann ist da noch Humor dabei, der nicht jedermanns Sache und beziehungsweise immer Geschmacksache ist. Da kannst du halt einen Treffer haben oder nicht. Also bei dem einen zündet er beim nächsten nicht. Und ich kann das vollkommen verstehen, wenn Menschen oder wenn KinogängerInnen da nicht drüber hinwegsehen konnten oder auch FilmliebhaberInnen sagen, nee, das ist wirklich nicht mal Kopf-A-Tee. Vollstes Verständnis, ich will auch gar nicht den Film verteidigen. Ich konnte darüber hinwegsehen und was heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie ein besserer Kinogänger dadurch bin. Es ist einfach so, dass ich damit eine wirklich erstaunlich gute Zeit hatte. Vielleicht ist es auch das gute alte Erwartungshaltungsmanagement, dass das einfach bei mir nicht so hoch war und natürlich dementsprechend der Film auch jetzt nicht irgendwie scheitern konnte. Ich glaube, das ist ganz gut. Tatsächlich. Ich meine, Erwartungshaltungen können einem viel zerstören. So ist es. Jetzt machen wir eine Überladung aus der Hölle. Für viele war The Flash ja ziemlich weit unten, also Bottom. Ja, da ist meine Nummer vier ist auch ein Bottom. Sogar der Plural Bottoms. Zwei Bottoms sozusagen. Gibt es auf Amazon Prime, hat es leider nicht ins Kino geschafft, ist auch relativ frisch. Ich glaube, November kam heraus, Stu und ich hatten dazu eine Besprechung, die, jetzt können wir es laut sagen, die einfach vergessen wurde, hochgeladen zu werden. Die liegt bei irgendjemandem auf der Festplatte. Wir bitten hier ganz offiziell Last Bottoms Fry. Fry. Stephen Fry. Egal. Um was geht es in dem Film? Das ist irgendwie eine Highschool Komödie, in der zwei Außenseiterinnen aus irgendeinem Umstand, den ich jetzt gerade leider vergessen habe, was es ist. Ich glaube, es hat irgendwas mit Cheerleadern zu tun und Footballspielern. Auf jeden Fall gründen die, die werden dazu gezwungen, wie nennt man das in den USA, bei uns heißen die glaube ich AGs, wenn man in der Schule irgendwie so eine Theater AG oder sowas, so eine Arbeitsgruppe oder so, Wahlpflichtfach, Pflichtfach, ne Wahlfach, Wahlfach, die durften auf jeden Fall die Möglichkeit genießen, ein Wahlfach zur Selbstverteidigung anzubieten, obwohl sie beide keine, wie sagt man, eigentlich gar keine Qualifikationen hatten oder haben, das zu machen. Und dieses Selbstverteidigungswahlfach verwandelt sich dann relativ automatisch in einen lesbischen Fight Club und ja, da ist Superbad mit drin, da ist Boxmart mit drin und ich würde sagen, Bottoms ist mehr oder weniger ein bisschen die logische Weiterentwicklung dieses, wie sagt man, dieses Film-Genres irgendwie. Alle fünf Jahre kommt da ein bisschen eine neue Art von Humor mit dazu. Dieser Humor ist um einiges weirder als die Humor Arten zuvor. Auch eben ein bisschen zeitgemäßer würde ich sagen. Er ist auch schneller und lauter, was vielleicht auch die jetzige junge Generation mehr anspielen soll. Und am Ende ist er dann doch erstaunlich brutal, ein bisschen splatterig, verliert aber diesen Humor irgendwie nie. Und was man dazu sagen sollte, hätte ich vielleicht zu Beginn sagen sollen, es ist von der Regisseurin inszeniert, die vorher Shiva Baby gemacht hat, was ja auch so ein kleiner Mubi-Indie-Erfolg wurde und auch von Kritikern sehr gelobt. Frau, ich glaube Emma heißt sie mit vornem Seligmann. Die ist glaube ich noch keine 30 Jahre alt und hat jetzt schon zwei Filme und eine sehr eigene Handschrift und die wird in Zukunft, da werde ich alles anschauen, was aus ihrer Feder kommt, weil die hat tatsächlich in der Früh immer in ihrer Schüssel Captain Crunch noch ordentlichen Schuss Kreativität mit drin glaube ich. Ich finde, also ich habe ihn auch gesehen und finde Bottoms hat noch einen Schuss Spoof Movie irgendwie in sich. Also ich finde schon, dass der sich ja über das Genre Highschool Komödie oder Highschool Film offen lustig macht. Also ich konnte das gezeigt und das war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich bei mir und Bottoms. Ich konnte das gar nicht ernst nehmen, was da passiert. Und das ist so, du sorgst bei mir immer dafür, dass ich die Fallhöhe nicht akzeptiere, dass ich also denke, es passiert ja eh nichts, weil für mich waren das auch fast keine Figuren, sondern eher so Karikaturen und Kleischargen. Also unterhaltsam. Ich finde, die zweite Hälfte zieht sich ein kleines bisschen, aber der Einstieg, die erste Stunde vergeht ja echt wie im Flug und dann ist er auch wirklich richtig lustig. Also das muss man wirklich sagen, ich habe da sehr häufig gelacht. Aber muss ich glaube ich auf den auch ein bisschen einlassen im Sinne von, dass man jetzt nicht die, also ich zumindest kann das Gesehene nicht ernst nehmen. In keiner Sekunde denke ich, das sind echte Probleme, echte Figuren. Da kommt natürlich noch immer dieses Highschool-Filmproblem dazu, dass halt Endzwanziger, Anfang-Dreißig-Jährige die Jungen und Mädchen an der Highschool mimen sollen und man denken soll, das sind also Highschool-Teenies und man denkt so, no, they're not. Die kennen wir schon in anderen Rollen. Ja, genau so ist es. Aber der ist halt wirklich mal 90-minütige Komödie, die wirklich durchweg wirklich ein gutes Tempo hat. Wie gesagt, zweite Hälfte finde ich ein bisschen schwächer, aber ich fand Bottoms, finde spannenderweise, wenn man sich in Letterboxd befindet, ist das ja so ein Film, der von der einen Stern- bis zur Vier-Stern-Kritik da wirklich quasi, du hast ja irgendwie drei, vier Leute, die sind bei vier Sternen und drei, vier Leute sind bei einem Sternen. Deswegen, ich fand den wirklich mehr als solide, also ich mochte den. Ja, nee, ich habe auch die Hemmschwelle ist ja gering, ne? Ja, eben, einfach, ja, wenn man Prime hat, dann ist die Hemmschwelle null, aber, nee, ich musste mich tatsächlich in der Top-Liste ein bisschen auch entscheiden, reden, weil ich wollte einen lustigen Film mit reinnehmen und ich habe in diesem Jahr auch bei der Weird-Doppelpunkt The Aljankovic-Story sehr viel gelacht und den fand ich auch, also der hätte auch gut Platz vier werden können oder beziehungsweise hätte den Comedy-Platz bei mir einnehmen können. Warum ich mich dann letzten Endes für Bottoms entschieden habe, glaube ich, tatsächlich ist ein Foto-Finish geworden und hat vielleicht diesen Vorteil, dass der ja vielleicht noch ein bisschen, der war für mich ein bisschen unerwarteter. Ich fand zwar tatsächlich, ich fand es komisch, dass mir die Aljankovic-Story so gut gefallen hat, aber bei Bottoms war, der ist, glaube ich, der Weirdness-Faktor, der hat es für mich ausgemacht, obwohl, das ist jetzt komisch, wenn man den Weirdness-Faktor dem Film gibt, der nicht weird heißt. Also, okay, egal. Aber ich weiß, was du meinst. Ich bin aber bei beiden Filmen lustigerweise, weil natürlich die Aljankovic-Story, also mich hat die auch kalt erwischt, weil ich da nicht wusste, dass das eine, ja, eigentlich eine Verarsche von so einem Musiker-Biopic ist. Und ich hab den, aber ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, dieser Frage, ich wollte es nicht erwähnen, ich hab den Zug gesehen auf dem Weg zu Kino Plus. Also als ich im Sommer zum ersten Mal bei Kino Plus saß und war halt total hin und weg von dieser Kommune. Also ich hab da richtig viel gelacht und Bottoms erreicht bei mir auch nicht ganz so die, die kommuniantische Höhen oder die kommuniantische Höhe, die, die Weird Aljankovic-Story hatte, weil ich so überrasch war, dass der so lustig ist. Ja, bei der Aljankovic-Story hat man halt dann noch ein bisschen den, ja, was heißt Vorteil, aber da spielen dann schon die ein oder anderen Hollywood-Größen mit und dann hat man ja diese eine Szene, die mehr oder weniger der Cameo-Auftritt von zehn Leuten innerhalb von fünf Minuten ist. Ja, leichte Anchorman-Vibes. Ja, ja, wie gesagt, also die, die sind beide, die sind beide gut, um, um eine gute Zeit zu haben, beide Filme. und es ist schön, dass es bei mir Bottoms dann auf die vier geschafft hat. Bedeutet, bei mir hat es da gut gewirkt. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, also wirklich ein solider Platz vier. Lustigerweise, meine Platzierung vier ist ebenfalls bei Prime enthalten. Ja, sehr schön. Nämlich der erst kürzlich erschienene Saltburn von Emerald Fennell, der Zweitling, also der Nachfolger zum sagenumwobenen, gehypten, Promising Young Woman. Young Woman, zurecht gehypten. Absolut. Ja. Also großer Fanboy sitzt hier gerade mit ihrem Mikrofon. Ja, ja. Jetzt sind wir ein bisschen, oder sagen wir es mal so, wir spielen mal mit offenen Karten, Max hat den Film noch nicht gesehen und ich würde ungern jetzt die komplette Show vermasseln und er sagt dann danke dafür, deswegen, Ich stecke mir mal die Finger in die Ohren. Ja, ich höre mal 20 Minuten nicht zu. Der Film ist halt wirklich erst seit ganz kurzer Zeit für euch bei Prime Video abrufbar und deswegen würde ich es an der Stelle so halten, schaut den euch an, mir hat er extrem gut gefallen, Barry Cougan ist für mich mittlerweile Hollywoods MVP, muss ich fast sagen. Boah, das ist schön. Der sehe ich immer richtig gerne. Ja. Ja, ist toll. Also wirklich ganz, ganz toller Schauspieler. Ich habe den zum ersten Mal damals in Dunkirk gesehen und dachte, Mensch, also der ist irgendwie weird face, aber der ist irgendwie gut und der wird, finde ich, immer besser und das ist ein, der trägt auch diesen Film mühelos, aber viel mehr will ich darüber nicht sagen. Wir haben eine super interessante, tolle Episode mit der Schlocker und mir am Start, da könnt ihr mal reinhören, wenn ihr den Film geschaut habt, da haben wir ein bisschen über die, ja, Tabus und die großen Themen, die so verstörend sein sollen, haben wir auch in einem Spoiler-Teil gesprochen, aber ansonsten da gerne mal reinhören, Swordburn, ich finde es wirklich eine Empfehlung, tut euch einen Gefallen, schaut euch gerne den Trailer an, das sage ich selten, weil selbst danach wusste ich nicht, was ich von dem Film erwarten soll und der Film hat vor allen Dingen in der zweiten Stunde eine Menge Wendungen dabei und die machen richtig Spaß. Ich freue mich, und vor allem auf den lieben Herrn Barry, du, wie hast du ihn genannt, Keegan, Kogan, Kaugen, Keegan, Keogen, ich bin mir bei der Aussprache auch nicht so ganz sicher, ich glaube Keogen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, dass du da sehr nah dran bist, es, sogar die Briten haben da Probleme, ich bin ja ein großer Mark Kermode Fan und wenn der seine Kritik, er spricht ihn auch immer unterschiedlich aus, aber das ist tatsächlich für mich auch so ein, wenn wir über das Jahr sprechen, so eine steile These, die ich ganz kurz anbringen möchte, das Casting wird immer besser oder immer wichtiger für die Filme und ich finde das schön, dass das jetzt auch mal ein bisschen rauskommt, dass solche Gesichter wie der Barry, ja, dass der jetzt da einen kleinen Ding, wie sagt man, Hype erfährt. Ja, was ich bei ihm halt beeindruckend finde, der hat natürlich ein sehr, sehr leicht zu erinnern, also sich leicht daran erinnerndes Gesicht, also den vergisst man nicht wieder und trotzdem spielt er in einem Jahr, ich zähle Banshees noch zu 23, weil der liegt natürlich 22 für die Awards Season drüben, aber bei uns ist der am 1. Januar gestartet oder am 2. Januar, deswegen zählt er zu 23. Da spielt er halt seine Figur dort, dann spielt er letztes Jahr zumindest in einer Szene, die wir dann im Inter gesehen haben, den neuen Joker in The Batman und dann spielt er sowas wie jetzt in Saltburn, also seine Figur Oliver Quick ist wirklich Dreh- und Angelpunkt des Films und der reißt das nicht an sich, sondern das fühlt sich total organisch normal an, dass der das so klasse spielt, also ich hab wirklich, ich bin gespannt, wann er das, die wirklich die große Nummer ist. Ich mein, der hat es für mich selbst geschafft, viele wissen, dass ich hab da, mit Eternals von Marvel konnte ich nicht anfangen, aber selbst da erinnere ich mich an die Auftritte von Barry Cugan. Ja, also, und selbst da, er ist für mich die einzige Figur, die erinnerungswürdig ist. Also, er ist das einzige Element in diesem Film, wo ich sage, ah ja stimmt, das war da drin und das war ganz cool und das schaffen nicht viele. Ist gut so. Bin ich sehr froh drüber. Dann reden nicht alle nur über Timothy Chalamet, sondern über den. Weißt du, also viele Leute sprechen ja derzeit nicht nur über Barry, sondern auch über Sandra Hüller. Ja, und ich sage jetzt schon mal dazu, ich sage noch nicht so viel zu Sandra Hüller und bin aber gespannt, was der Max zu seiner Platzierung Nummer 3 sagt. Anatomie eines Falls und wahrscheinlich nenne ich diesen Sandra Hüller Film, weil ich den anderen, der jetzt in die Award Season reinkommt, noch nicht sehen durfte, Zone of Interest, aber gut, wenn es nur um sie geht, dann weiß ich nicht, welchen ich da bevorzugen würde. Aber Anatomie eines Falls ist ein, ist glaube ich der Beitrag, der, ne, warte mal, Frankreich schickt den gar nicht ins Rennen dieses Jahr für die Oscars, habe ich gesehen. Aber es ist der neue Film von Justine Trier und sie hat mit dem die goldene Palme gewonnen in diesem Jahr und deswegen wurde ich da ein bisschen drauf aufmerksam. Es geht darum, dass Sandra Hüller eine, ja, was ist denn, eine Autorin spielt, deren Mann unter ungeklärten Umständen ums Leben kommt und sie dann im Laufe des Films mehr oder weniger zur Hauptverdächtigen wird und ich glaube zu 70, 80 Prozent ist es dann doch ein Courtroom-Drama, eben aber nur mit dem kleinen Twist, dass in diesem Courtroom-Drama nicht unbedingt die, ja, wie sagt man so, die, die, die Fakten die größte Rolle spielen, sondern schon allein die, 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 die Tatsache, wie die Öffentlichkeit sie vorverurteilt oder sieht in den Vordergrund rückt und das wird sehr, ich weiß nicht, wie man das am besten sagt, so in homöopathischen Dosen wird man vergiftet als Zuschauer und deswegen, ja, ich weiß nicht, der, der Film schafft das eine relativ, ich nenne es jetzt mal bewusst negativ, eine relativ dröge Gerichtssituation so spannend zu machen, dass man, also ich bin selbst dann auch dringend gesessen oft und habe mir gedacht, ich habe alle zehn Minuten meine Meinung irgendwie geändert über sie, über, über die ganze Situation und dann muss man da auch mit dazu sagen, es sind in dem Film halt eben zwei, drei Knaller-Szenen, in denen, also nicht nur Sandra Hüller, auch die, da gibt es so einen Streit mit ihrem Mann und so, der ist einfach hervorragend gespielt, hervorragend gefilmt, inszenatorisch ist das toll und ich war, ein Nebensatz noch, Justine Trier habe ich als Regisseurin durch den Vorgängerfilm Sibylle mit dem Untertitel glaube ich Therapie zwecklos oder so, gleich vor vor Covid oder mitten unter Covid mal in der Pressevorführung sehen dürfen und ich fand den Film sehr, 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 also ich fand den super, irgendwie ist der aber glaube ich bei der Kritik nicht so ganz gut angekommen, weil ich mich da allein auf, wie sagt man, auf fehlenden Posten irgendwie fühlte, niemand hat über den Film gesprochen, Leute, die ich den empfohlen habe, sagten dann, gut, okay, passt schon, ich bin dabei nicht eingeschlafen, aber mehr auch nicht und und deswegen hat mich das auch interessiert, was die dann jetzt hier so macht, ich bin komplett in Schwarze getroffen. Ich halte mich an dieser Stelle ein wenig zurück. Nenn doch einfach deine Nummer 3. Ich nenne meine Nummer 3, die mich aber wirklich, manchmal ist das ja so, dass man in so ein Kinojahr geht und man hat so feste Größen, also bei mir war es dieses Jahr, Mission Impossible 7 wird mein Film des Jahres, war der, auf den ich mich am meisten freue, auf den ich mich am meisten hingefiebert habe und ja, später mehr dazu und ich hatte mich sehr auf Dune 2 gefreut. Gut, der glaube ich kommen und nee, genau und das war halt das Problem, deswegen irgendwann merkte ich so, das wird irgendwie, dieses Jahr wird so auskleckern, weil so am Ende des Jahres hatte ich so nichts mehr richtig auf dem Schirm, außer natürlich jetzt von Scorsese dann Killers of the Flower Moon, aber dann kam irgendwann ein Trailer zu einem neuen Tohu-Godzilla und dieser Film heißt Godzilla Minus One ist vor kurzem bei uns in Deutschland nochmal limitiert ins Kino gekommen und das habe ich fast noch nie gehabt, dass ich nachdem ich zu Hause einen Screener gesehen habe, gesagt habe, also den Film gucke ich auf jeden Fall nochmal im Kino, egal was es kostet und egal wo ich das machen muss und ich bin da tatsächlich nach der Arbeit in Hamburg im Savoy gewesen und habe mir diesen Film nochmal im Kino angeschaut und die kleinen, feinen, Schwächen, die ich zu Hause meinte ausgemacht zu haben, qua Pacing, qua der einen oder anderen Story-Wendung, die so ein bisschen unglaubwürdig mir erschienen, das war bei der Zweitsichtung im wahrsten Sinne des Wortes von Godzillas Atomatem war das weggeblasen, ich hatte eine so gute Zeit beim zweiten Mal im Kino, ich habe ja gelacht, da tut man bei dem Film nicht, man grinst natürlich bei der einen oder anderen Effekt-Action-Szene, es gibt eine wahnsinnig tolle Jaws-Reminiszenz in dem Film, die es sogar noch besser finde ich als die in Jordan Peele's Nope und gleichzeitig gibt es Szenen, bei denen ich Tränen in den Augen hatte, der hatte mich so, hat mich beim zweiten Mal noch emotionaler gepackt als beim ersten Mal, ich will die Synopsis jetzt nicht runterbeten, der Film heißt Minus One, weil er tatsächlich nach der Stunde Null in Japan spielt, wir lernen den Kamikaze-Flieger, Shikishima heißt er glaube ich, kennen, der aus Feigheit sich einen Maschinendefekt vortäuscht und auf einer Insel strandet und auf dieser Insel begegnet tatsächlich er und ein paar andere Soldaten zum ersten Mal einem noch relativ kleinen Godzilla und auch hier wird wieder die Feigheit von Shikishima, viele seiner Freunde oder viele seiner Verbündeten werden dem zum Opfer fallen und er selber kommt aber mit dem Leben davon, kehrt in ein Japan, was völlig, in ein Tokio, was völlig zerstört ist wieder, lernt dann eine Frau kennen, die ein Kind großzieht, welches nicht ihres ist und das wird so eine wirklich Patchwork-Zweckgemeinschaft und dann heuert er auf einem Minen- Entschärfungsboot an, also auch wieder eine relativ riskante Arbeit und dabei kommt er dann wieder in den Kontakt mit Godzilla und mehr will ich gar nicht verraten, ey, das Film ist wirklich, hätte ich nie gedacht, weil ich echt eher ein US-Godzilla-Freund war, aber der wischt halt wirklich mit eigentlich allem, was man aus Hollywood und Godzilla kennt, wischt er den Boden auf. Der sieht auch verdammt gut aus, also für 15 Millionen Dollar sieht der herausragend gut aus, also viele stören sich ja am Design von Godzilla, es ist halt wirklich endlich wieder ein richtig garstiger Godzilla, ich bin hin und weg, ich freue mich jetzt schon, es gibt ja anscheinend eine Schwarz-Weiß-Veröffentlichung jetzt in Japan und ich hoffe sehr, dass wir in Deutschland da auch noch auf eine Disc zumindest da in Genuss kommen. Also wirklich in meiner Liste der, die zweite große Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hätte in diesem Jahr, weil ich wirklich dachte, okay, es kommt ein Toho-Godzilla zum Jubiläum, ja, ich hatte jetzt Schien-Godzilla in so mittelprächtiger Erinnerung, deswegen war ich jetzt nicht so richtig, richtig drauf und aber dann kreiste halt der Screener irgendwann durch die Redaktion und dachte ich, gut, ich würde den doch schon gerne mal vorab sehen, weil man ja nicht weiß, kommt der ins Kino, Presseverführung gab es nicht und ich habe es, wie gesagt, nicht bereut. Also bei mir Platz drei, Godzilla-1 von mir eine klare Empfehlung wäre, also Bock hat den noch zu gucken, vielleicht, wenn ihr jetzt so zwischen den Tagen mal schaut, ich glaube in einigen Kinos, gerade in größeren Städten und Metropolen, kann man den sogar noch auf der Leinwand erwischen. Echt? Okay, dann werde ich da mal gucken, tatsächlich, weil ich finde, der Film hat was sehr scharfes, ich glaube scharf ist das Wort, das mir da eher, wie so, wenn du irgendwie in so einem Korallenriff bist und dann ist irgendwie das Gestein, könnte sein, dass es dir die Füße aufschneidest, wenn du auf dem Fall, so wirkt der Film haptisch auf mich, zumindest jetzt das, was ich gesehen habe und er hat so eine, diese Garstigkeit, die du angesprochen hast, das habe ich jetzt auch schon oft gehört, dass das in Kritiken sehr gelobt wurde, dass dieser Godzilla einfach, ja, der macht, der nimmt keine Geiseln, so in dem Sinn und ich bin mal gespannt, also ist ja so meine kleine, kleiner Godzilla-Fan, also beziehungsweise, wenn die Figuren so groß sind, dass beziehungsweise, wenn die Kamera die Figuren so einfügt, so einfängt, dass man sich über die, dass man über die Größe Angst bekommt, dann ist es ein guter Monsterfilm und ich glaube, der kann das, hoffe ich zumindest. Ja, und ich meine, ey, du hast, also die Grundvoraussetzungen sind, der ist halt im, ich habe den zu Hause in O-Ton mit deutschen, nicht so guten Untertiteln gesehen, im Kinoliefer, auch wieder im O-Ton mit englischen Untertiteln und trotzdem hat er mich halt komplett gekriegt, also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich glaube, du mochtest den nicht so gerne, um so ein bisschen auch die Redaktion ein bisschen ins Blickfeld zu nehmen. Ich habe mit Till da eine Besprechung so aufgenommen, der war auch relativ angetan. Ich würde da wirklich, geht den euch in Kino anschauen, wenn ihr könnt, das ist ein herausragend guter Godzilla-Film. Wer mit Godzilla an sich nichts anfangen kann, der wird auch hier nicht bekehrt werden, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber auch so die Schlüssigkeit der Auflösung und wie so der Plan ist, also na klar ist das jetzt nicht irgendwie hundertprozentiger Realismus, aber es ist schon so, dass du da sitzt und denkst so, also es könnte tatsächlich funktionieren und sie haben es sich nicht komplett aus dem Arsch gezogen. Cool. Die Zeiten sind hoffentlich vorbei. You never know. Mal gucken, ist eigentlich ein Hollywood-Godzilla demnächst wieder geplant, sowas wie Godzilla gegen Kong, gegen Pacific Rim? Ja, nächstes Jahr kommt die quasi direkte Fortsetzung zu diesem Godzilla vs. Kong, den ich auch mochte, muss ich ja ehrlicherweise sagen. Aber der Trailer hat mich jetzt, ach ich hasse diesen Marketing-Sprech, ich sage ihn jetzt nicht. Der Trailer hat mich nicht so begeistern können. Ich sage jetzt nicht, dass er mich nicht abgeholt hat, weil man Filme und Trailer... Hast du nicht gesagt? Nee, hast du nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Hast du nicht gesagt? Gut. Godzilla. Da gibt es jetzt keine Überleitung, glaube ich, zu meiner Nummer zwei. Ja, wobei, ich habe, glaube ich, überlegt, ich glaube, ich möchte am Morgen nicht mehr mit dir befreundet sein. Dabei habe ich überhaupt nichts kritisiert. Das ist auch okay, aber ich möchte einfach nicht mehr mit dir befreundet sein. Okay, gut. Wunderbar. Das hatten wir Anfang des Jahres, hatten wir das in Irland. Ich glaube sogar noch vor der Jahrhundertwende. Oh mein Gott, lang ist es her, lang ist es her. Colin Farrell und Brandon Gleeson spielen auf dieser kleinen, idyllischen Insel, in diesem Inseldorf Initiarin. Ich spreche es immer wieder anders aus. Egal. Und ja, Brandon Gleeson beschließt eines Tages, Colin Farrell mitzuteilen, dass er mit ihm nicht mehr befreundet sein will. Und daraus ergibt sich dann so ein, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Es ist ein, 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 es ist ein, eine Komödie ist es nicht, es ist kein, es ist ein, doch, es ist ein Drama, aber es ist ein Drama, das sehr relatable ist. Brandon Gleeson hat wohl, wenn wir mal kurz, wenn wir es runterbrechen, wahrscheinlich eine depressive Phase, so eine Art End-Midlife-Crisis, die, die muss Colin Farrell leider ausbaden, der erstens mal kein langweiliger Mensch sein will und zweitens will er dann auch irgendwann mal nicht mehr nett sein. Und ja, eben aus dem Versuch, dass Colin Farrell Brandon Gleeson als Freund zurückgewinnt, ergibt sich da eine, äh, ja, ein, 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 ein Buddy-irgendwas-Drama. Martin McDonough, ähm, ich weiß gar nicht, ob man über den Film so viel sagen muss, der lief ja das ganze Jahr über, hat leider bei den Awards nichts, nichts gewonnen, zumindest bei den ganz Großen nicht, aber ist für mich mein Platz zwei, weil der einfach, ich weiß nicht, den, den guckt man und das ist wie, wie so eine Gute-Nacht-Geschichte, die man erzählt bekommt, was Märchenhaft ist, du hast sehr, sehr tolle NebendarstellerInnen, da haben wir wieder Barry Keegan und ihren Namen weiß ich jetzt gerade nicht, die, die Schwester spielt von Colin Farrell. Äh, Carrie Condon. Carrie Condon, dankeschön. Ja. Ja, also, weiß nicht, auch wieder so eine logische Weiterentwicklung, wer in Brügge sehen und sterben und danach Three Billboards mochte, der wird diesen Film dann wohl auch lieben. Der ist zwar ein bisschen mehr in die Historie eingebettet und er ist um einiges irischer als die Filme davor, aber ansonsten, also Qualität des Drehbuchs ist genauso hoch wie bei den Vorgängern von dem her. Weiß nicht, wie du das einschätzen würdest, aber... Also der, der große Vergleich mit Three Billboards ist bei mir einfach unfair, weil ich, ich hab das echt ganz selten, dass ich aus einem Film gehe oder einen Film gesehen habe und sofort Insta sage, ist ein Fünf von Fünf. Also ich weiß, viele können sich an diesen Bewertungen aufhängen und viele finden die unheimlich wichtig. Ich finde sie nicht so wichtig, wie viele sie machen, aber ich finde es schon halt interessant zu lesen, so wo man das jetzt von den Nummern her einsortiert und ich hatte nach Three Billboards sofort, ich hab da alle Emotionen erlebt innerhalb eines 100, ich glaube 115, 120-minütigen Films von, von weinen, zu lachen, zu schockiert sein, zu sich freuen, zu Euphorie, zu depressiver Stimmung. Das hat Banshees nicht so ganz geschafft. Deswegen ist der bei mir so einen kleinen Ticken schwächer, aber das ist immer noch wirklich ein herausragend guter Film, der mir wirklich, du hast natürlich dieser relativ simplen Ausgangsprämisse folgend, denkst du so, was soll denn jetzt eigentlich großartig passieren, aber natürlich ist jetzt auch diese, diese Dorfgemeinschaft dann irgendwann so ein bisschen mehr im Blickpunkt und du merkst so, dass sich der, der Winkel so ein bisschen weitet. Also was, also allein in so einer kleinen Gemeinschaft, was so, was so, da gibt es halt eigentlich keine Intimitäten, ne? Also da gibt es so, so Gruppenprozesse und Mechanismen, die gibt es überall und da kannst du dich auch gar nicht gegenwehren, egal was du tust, egal wie sehr du jemandem sagst, so lass mich in Ruhe, sonst schneide ich mir einen Finger ab. Ja. Und das, das ist schon, das ist ein, finde ich, etwas sperrigerer Film als Free Billboards, aber dennoch, also was McDonough aus seinen Schauspielern rausholt, was er aus seinem, doch wie gesagt, relativ simplen Skript rausholt, ist wirklich einmalig und ich meine, das Ende ist wirklich anders, als man denkt und dennoch zieht es einem irgendwie die Schuhe aus. Also zumindest war es bei mir so, ich dachte, alter, das ist jetzt nicht euer Ernst, was ihr da jetzt gerade treibt. Und das war, boah. Ja, ja. Aber bei Three Billboards muss man dann auch sagen, dass eben die, die Hauptfigur dort, also Francis McDormand, die ist ja mit Energie vollgestopft, ich glaube, dass die ganze, die ganze Insel in, bei den Banshees im Fall kumulierten Energie. Von dem her. Absolut. Ja. Aber es ist immer schwierig. Schaut sie beide, Punkt. Wenn man die beide im Regal stehen hat, dann kann dann auch mal das Date vorbeikommen und sagen, oh, du bist ein kultivierter Mensch und du wirst dann sagen, ja, ich habe Geschmack in dieser Hinsicht. So ist es. Und gleichzeitig ist bei beiden Filmen, ich glaube, die sind beide bei Disney Plus drin. Das heißt, die Hemmschwelle, die zu gucken, ist echt gering. Also wer, wer uns jetzt gerade hört und die noch nicht gesehen hat, beide Filme, von uns beiden eine absolute Empfehlung, die wirklich zuschauen. Ich würde die Reihenfolge Banshees Three Billboards wählen, um quasi on a high note zu enden ein bisschen. Ja. Und ich habe das vorhin noch nicht ausgelöst. Also für mich war Three Billboards sofort eine 5 von 5. Ich habe keine Schwäche bei diesem Film ausmachen können. Der ist einfach toll gespielt und so weiter. Ja. Ist halt so, eine Schwäche ausmachen konnte man bei mir dieses Jahr, bei meiner Nummer 2 vielleicht nur im visuellen Overkill, um mal eine Überleitung aus der Hölle zu bemühen. Ich habe auf meinem Platz 2 und muss ich ehrlicherweise sagen, da war lange Zeit, war er sogar auf Platz 1, habe ich den zweiten Animations-Spider-Man gepackt, nämlich Spider-Man Across the Spider-Verse. Mit einer, der wirklich, ich habe es im Adventskalender gar nicht gesagt, von mir selbst enttäuschendsten Besprechung des Tele-Stammtisches, weil die gute Schlogger und ich in der PV waren und wir vorher die Regisseure eingeblendet bekamen und die sagten, bitte keine Spoiler und wir halt dachten, ha, dann können wir aber wenig über den Film reden und umso kryptischer wurde unsere Besprechung und jetzt bin ich ehrlich so, und das liegt nicht an Schlogger, sondern ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass wir beide so dachten, wir dürfen ja wirklich nichts verraten. So ist die Besprechung einfach sehr, sehr kryptisch und wie nicht fundiert gewesen, aber der ist, der hat mich auf so vielen Ebenen bekommen, der hat mich visuell natürlich bekommen, auch wenn der einen anstrengen kann, das muss man ehrlicherweise sagen und klar, es gibt viele, die stören sich an diesem Mittelteil einer Trilogie-Ding, dass man also irgendwie keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende hat. Und ich fand es jetzt wirklich nicht so schlimm, sondern das hat einen astreinen Cliffhanger hin zum dritten Film, dass die Wartezeit jetzt natürlich durch Streik und auch durch diverse Probleme im Zuge der Produktion, wo also ja anscheinend die viele Animateure nicht im TUI-Sinne, sondern im Computersinne. Das wäre aber gut, ein Film von Animateuren auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja, du siehst uns nach, dass wir da ein bisschen leichter tun, aber da sind halt die Arbeitsbedingungen wohl unter aller Sau gewesen und deswegen, ich rechne jetzt nicht vor 25 Ende des Jahres oder 26 mit dem fertigen Film und das ist okay so. Ich kann mir die Wartezeit verkürzen, der Film läuft jetzt glaube ich seit kurzem bei Netflix, ich habe mir den aber auch tatsächlich fürs Regal oder ins Regal gestellt und fürs Regal besorgt und ja, viel zum Inhalt, also wir folgen halt Miles Morales und der geht halt steil in Richtung Multiversum und im Vergleich zu dem vorhin von mir erwähnten The Flash geht es da natürlich viel größer drunter und drüber und ist visuell viel überbordender. Gleichzeitig kann das halt für den einen oder anderen wirklich anstrengend sein, was so diesen Overkill angeht, aber mich hat er halt komplett bekommen und ich bin kein Comic-Filmexperte. Die Schlogger war glaube ich Film des Jahres mäßig unterwegs. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Nee, leider nicht. Ich kenne den Ersten, ich weiß, dass der Zweite praktisch da nochmal mehr Kohle in den Kessel schaufelt und was ich von dem Zweiten kenne und ich meine deswegen würde ich jetzt mal ohne ihn gesehen zu haben auch behaupten, dass ich ein paar Sachen beurteilen kann. Ich habe da natürlich so Making-ofs und solche Geschichten und man bekommt da natürlich mit, ich als Illustrator selber, wie halt da manche Entstehungsprozesse einfach passiert. Also tatsächlich die technische Seite hinter dem Film, die ist mir klar, die ist mir bewusst, die ganzen Tipps, Kniffe, bla 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 und das ist allein schon das ist halt geil aus rein professioneller Sicht und das ist jetzt auch so einer, der kommt jetzt dann über die Feiertage bei mir in den Bildschirm rein und dann hoffe ich, dass ich vorher genug Kaffee getrunken habe, um dem dann zu folgen. Denn auch mein Gehirn ist langsamer als noch vor 20 Jahren. Ja, der Film wird nicht zulassen, dass du, also ich habe das, ich will ja nicht immer Werbung für einen selber machen, aber ich habe damals auch für Filmtoos die Kritik geschrieben und habe auch gesagt, also wer nach dem Film einen ausgedehnten Waldspaziergang braucht, dem sei es wirklich empfohlen. Also das ist wirklich, also dieses Überfrachten ist Methode. Das ist nicht irgendwie so ein netter Nebeneffekt, sondern es ist wirklich so, hier, wir ballern euch zu mit allem Möglichen und da braucht man wirklich erstmal danach eine kleine Pause. Und danach ist auch wirklich, zumindest war es bei mir so, gebe ich auch ehrlich zu, der nächste Blockbuster-Film hatte, ist danach schon mal automatisch, hatte wirklich einen sehr, sehr schweren Stand. Welcher war das bei dir dann? Oh, ich glaube, ich glaube es war Transformers Aufstieg der Bestien. Ah, na gut. Ich muss jetzt auch sagen, er hat es auch keinen Falschen getroffen, muss man an der Stelle sagen. Sehr beliebtes Opfer. Einfaches Opfer, aber wirklich, das komplett, ich glaube sogar Tag auf Tag irgendwie gesehen meine ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Max, bevor wir beide jetzt so, um die Dramaturgie so ein bisschen in die Höhe zu treiben und die Spannung ins Unermessliche zu steigen, wobei die Spannung bei mir, glaube ich, schon ein bisschen runtergekocht ist, hast du so ein paar, das heißt ja so schön im Neudinglisch Honorable Mentions, also so ein paar Filme oder ein, zwei Filme, wo du sagst so, ja, die haben es halt nicht in meine Liste geschafft, die würde ich aber dennoch für die Sichtung am Ende des Jahres, wer das nachholen müsste, empfehlen. Ist da irgendwas bei dir auf der Liste, was es nicht in die Top 5 geschafft hat? Habt ihr so ein bisschen meine kleine Liste so nebenher offen, kann ich ein paar nennen, also Honorable, weil es mir persönlich sehr gut gefallen hat, aber bei Kritikern leider nicht so gut ankam. Infinity Pool, der hatte einfach visuell das und ich mag eben, also der ist als, der funktioniert als Satire einfach so gut, der ist so düster als Satire, ich glaube, dass, ich will es niemandem verübeln, der den, der den nicht als Satire interpretiert. Ich tue es, ich hatte eine gute Zeit damit, ich habe mir den gern angeguckt, also den jungen Cromberg werde ich weiterverfolgen. Babylon fand ich sehr gut, da hatte ich, den habe ich aber leider nicht unterbekommen in meine Top 5, denn der hatte, ich weiß jetzt leider nicht mehr so wirklich, um was es in dem Film ging. Ich weiß nur, als ich ihn sah, war ich ziemlich geflasht, aber das reicht dann halt nicht für die Top 5, leider. Aber. Und ich kann das unterstützen, denn ich habe den erst vor zwei Wochen oder drei Wochen nachgeholt und außer, dass ich noch weiß, dass Margot Robbie toll war, kann ich dir nichts mehr sagen. Es war, es war viel Scorsese-Gefühl zumindest, es war viel überbordendes. Viel zu viele Menschen oft. Viel zu viele Figuren, aber wirklich, also dieses, dieser Bilderrausch, auch hier, also bei Across the Spider-Verse habe ich ihn hervorgehoben, hier würde ich ihn auch hervorheben, aber Babylon hat mich persönlich nicht so ganz gekriegt. Er hat mich irgendwie emotional kalt gelassen, trotz aller möglichen Dinge, also von Elefantenscheiße über Koksnasen, da war irgendwie, es hat mich nicht gekriegt am Ende. Einen sehr hautirritierenden Tobey Maguire. Oh ja, oh ja, das war auch, und gerade so diese Szene da in seinem Domizil, die war dann auch sehr, da hatte ich so leichte Boogie Nights vor PTA-Vibes, wo sie da irgendwie auch dem Pornotypen das Koks, glaube ich, verkaufen wollen. Hat sich ein bisschen wie so eine Intermission angefühlt, so nach der und jetzt, jetzt hier kommt etwas, was mit dem Film gar nichts zu tun hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber so, also wie gesagt, ich meine, der fordert halt dann mit drei Stunden doch ein bisschen Sitzfleisch, aber gut, egal. Und ja, was ich dann tatsächlich noch erwähnen muss, ist, dass ich bei Oppenheimer eine gute Zeit hatte und ich bin kein Freund von dem klassischen Christopher Nolan-Film, also nicht mehr und war deswegen eigentlich ganz froh, dass mir der jetzt so gut gefallen hat. Und ich glaube, sein neues Genre ist wirklich dröge Biopics machen. Das ist so, der kann, ich glaube, der Film, der ist an sich, wenn du den chronologisch schneiden würdest, dann wäre der unglaublich. Also ich glaube, das wäre so ziemlich die langweiligsten drei Stunden des Filmjahres. Aber dadurch, dass der, ich würde mal sagen, ein sehr, sehr wildes und weirdes Editing hat und nicht nur in dem, wie er chronologisch herumspringt, sondern streckenweise hat er schon Michael Bay mäßig alle 1,2 Sekunden in den Schnitt gesetzt. Und das bei einem Film, der eigentlich nur alte Männer in irgendwelchen Behördenräumen zeigt. Frag mich nicht, wieso ich den mochte. Frag mich nicht, aber du wirst mich fragen. Wieso mochtest du das? Nee, also ich, ich, für mich lange Zeit auf dem Weg, meine große Enttäuschung des Jahres zu sein, weil ich schon wirklich, ich sag's jetzt mal wirklich vorsichtig, ich kann schon sehr viel mit Christopher Nolan Filmen anfangen. Ich weiß um seine Schwächen, ich weiß um seine Themen, die er immer wieder, sag's mal böse durchkaut. Und ich fand schon, dass bei Tenet das so langsam auf die Spitze getrieben wurde, dass es eigentlich so Figuren zum Anfassen gar nicht mehr gibt, dass es also eigentlich nur noch so Prototypen sind. und das ist, glaube ich, mein großer, ich habe jetzt mich ehrlich gesagt noch nicht an den heimischen Rewatch geträumt und habe ihn aber der Chronistenpflicht halber fast ins Regal gestellt. Ich werde ihn nochmal, glaube ich, jetzt auch zwischen den Tagen nochmal schauen, weil ich wirklich, ich kann das eigentlich gar nicht glauben, denn ich mag ja Nolan, also ich bin jetzt kein Fanboy, aber ich bin schon wirklich, kann wirklich, ich glaube das Schwächste, was jetzt Nolan mir geliefert hat bisher war Insomnia und das ist dann schon so ein 4 von 5 Film bei mir. Aber irgendwie hat mich Oppenheimer halt so nach dem Kino wirklich kalt gelassen und enttäuscht. Wie ich schon bei Maestro vorhin mal andeutete, irgendwie kriegst du der Film bei mir nicht hin, dass ich verstehe, was jetzt genau Robert Oppenheimer da macht und was jetzt genau an der, an dem Bau der Bombe so schwierig ist. Und das ist so irgendwie, so Physikal, ich brauche jetzt keinen Exkurs in Physik, aber ich brauche zumindest so ein paar Sachen, die ich dann nachvollziehen kann. Das hatte der Film halt für mich nicht. Ich muss dann zur Ehrenrettung natürlich dann auch noch mit dazu sagen, wir haben in München ein tolles Kino mit einer tollen Kinobar, das Monopol, da sind dann nur 20 Sitze, da kann man dann die Füße hochlegen, dann hat man ein kleines Tischchen daneben und ich durfte mir den Film dann tatsächlich in diesem Ambiente ansehen, also die drei Stunden hat man dann auch nicht gemerkt sozusagen, weil es einfach gemütlich war. Und das spielt dann vielleicht tatsächlich dann auch noch eine Rolle, dass ich da einfach, wie du bei The Flash, auch einen guten Tag hatte, um mir den anzugucken. Und von dem her hat das wahrscheinlich dann alles gut zusammengespielt. Ja, mit den Horrible Menschen, das wird es jetzt bei mir, also sagen wir es mal so, es gibt ein paar Sachen, die sich bei uns beiden überschneiden, die lasse ich dann bei dir. Ich würde dann vielleicht noch Talk To Me als so ein positives Beispiel, wie man einen relativ modernen Horrorfilm so machen kann, dass es nicht nur dieses Jumpscare-Gewitter ist, sondern dass man sich einfach auch gruselt, dass er spannend ist, dass er trotzdem sehr nach Zeitgeist wirkt. Und da sind wir dann auch wieder dabei, dieses Drehbuch einfach auch ganz gut. Und auch das, selbst bei den allerbilligsten Horror-Tropen, so ein, zwei Kniffe machen die Sache schon besser. Ja, ich hatte auch mit Talk To Me eine erstaunlich gute und vor allen Dingen, und das vielleicht sein kleinstes Manko oder ein kleineres Manko, ich fand den fast ein bisschen zu wenig gruselig für einen Horrorfilm. Aber ansonsten, der hat so seine ein, zwei Kinnladen-Momente, der sieht wirklich echt gut aus. Also ich meine, da sind zwei YouTuber am Regiewerk, beim Erstling, und die haben so eine, so eine unaufgeregte, aber dennoch stilistisch sehr, sehr interessante Machart und haben eine Sicherheit dabei zu inszenieren. Ja. Das, also das habe ich nicht häufig gesehen in den letzten Jahren, dass zwei so junge Kerle das so gut hinkriegen. Ich bin echt gespannt, was sie als nächstes machen. Ich hoffe nicht, dass sie, wir dürfen ja nicht spoilern über Talk To Me, aber es ist, glaube ich, ja schon eine Fortsetzung angekündigt. Ich glaube, da spoilern wir auch nichts. Talk To Me 2 wird es geben. Nur. Also das, allein weil der Film, glaube ich, auch relativ, ist ja eine 824-Produktion, manche nicht. Ja, ja. Also zum Mindest ursprünglich. Und lief ja, glaube ich, relativ gut. Genau. Oder ist irgendwie eingekauft, ich weiß das auch nicht so genau. Ich glaube, den haben sie tatsächlich produziert. Ja, ist ja egal. Wir wissen auf jeden Fall, die hatten ihre Hand drauf. Genau, und mittlerweile ist das ja in Hollywood, einfach zumindest in neun von zehn Fan-Qualitätsmerkmal. Ist schon fast ein Genre. Ja, finde ich auch. Ja. Ich habe vor kurzem bei Honorable Mentions, ich glaube erst vor zwei Tagen, ich habe diesen Apple TV Plus Tetris Film nachgeholt mit dem kleinen Edgerton hier, äh, Taron Edgerton, nicht Aaron, Taron Edgerton. Den fand ich überraschend gut. Also nicht, weil ich jetzt gar nichts erwartet habe, sondern einfach, weil ich dachte, ich sehe so einen, boah, Big Short, Wolf of Wall Street, irgendwie, Produkt, Produktpick sozusagen, oder Produktbiopic, aber der war echt spannend. Also, hätte ich nicht gedacht, dass der so eher auf der, auf der Spannung ist. Also, es ist jetzt kein, kein Nägelkauer-Thriller, aber es ist ja schon so, dass du da sitzt und denkst so, Alter, also, da werden jetzt verschiedene Seiten gegeneinander ausgespielt und klar, irgendwie kann man sich daran stören, dass der böse Russe wieder irgendwie der böse Russe sein muss, aber seien wir ehrlich, das ist jetzt 1 Uhr 2023 jetzt auch nicht so schwierig, das so zu verknusern. Das macht er schon echt gut. Also, der ist effektiv, der ist schnell, der hat so keine zwei Stunden, was ich immer ein ganz gutes Qualitätsmerkmal finde. Den mochte ich echt gerne. Du hattest ihn vorhin schon mal erwähnt. Ich fand ja diesen Netflix Leave the World Behind von Ismael fand ich echt überraschend gut. ein bisschen lang, aber mich hat er gekriegt. Also, ich bin auch jemand, der mit dem Enden sogar relativ viel anfangen kann. Da stören sich ja relativ viele dran. Bei uns beiden fehlt er in der Liste. Past Lives hat mich nicht so gekriegt, wie er viele gekriegt hat. Ich hab den gar nicht gesehen. Ich hab, da merke mich, dass ich, ich glaube, aufgrund meiner persönlichen Biografie mit dem Film eher Fremdel, als da viel Verständnis aufzubringen. Also, da geht es ja um nun zwei Figuren, die sich nach irgendwie 20, 25 Jahren der Jugendliebelei, muss man auch ehrlich sagen, die sich da wieder treffen und man irgendwie so diesen, man soll diesen Schmerz fühlen und dieses was wäre wenn, aber so ehrlich gesagt, so viel Gefühl hab ich da nicht. Und das mag aber auch an meinem Gegenentwurf liegen, den ich nun im persönlichen Bereich habe. Deswegen hat der mich nie mehr ganz gekriegt. Ja, danke, 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 danke. Ja, um mal so ein bisschen den Mainstream noch reinzuholen, und ich fand jetzt den dritten Guardians of the Galaxy, den hast du ja glaube ich mit Stu besprochen. den hab ich vergessen hier in meine Liste einzutragen, siehste. Aber ich hab ihn besprochen, Und das hat mich wirklich überrascht, dass du, du hattest aber eins und zwei auch gesehen. Nee. das ist lustig. Das ist lustig. Das ist lustig. Ich bin da, ich glaube, der Trilogieabschluss. Die schlechteste Person, um eine Besprechung dafür zu machen. Aber es hat funktioniert, ich hab den Film kapiert, glaube ich. Erstens das, und das spricht dann ja auch für die Qualität des Films, und dass er dich dann irgendwie doch auch gekriegt hat, ist ja dann auch schon. Ja, der war, also sagen wir mal so, ich glaube von diesen ganzen Marvel-Dingen und ja, okay, ich bin auch nicht der Erste, der das sagt, es ist ein, eigentlich ist es kein Marvel-Film, sondern ein James-Gun-Film. Ja, gut, okay, ist egal, aber es ist trotzdem dieses Universum, es sind diese Figuren, und das ist qualitativ auf jeden Fall das Höchste, was sie haben. Ja, finde ich auch. Habe ich auch erst vor ein paar Wochen nachgeholt, im heimischen Disney-Plus-Kino sozusagen. Ja, wirklich, also nach wie vor mag ich den ersten der drei Filme am liebsten, aber der ist schon, bei dem, was das MCU in den letzten zwei Jahren so herausgebracht hat, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Also, sagen wir mal so, Loki-Staffel 2 und Gears of the Galaxy 3, das sind so die zwei, die, da kann ich gut mit leben. Und du hattest vorhin schon mal erwähnt, ey, das wäre so, ich hatte mir irgendwann auserkoren, so ich brauche Dune-Metadon und das war für mich The Creator. Da dachte ich wirklich, komm, das wird dein Film des Jahres, der haut jetzt raus und ja, der ist wirklich gerade wie so echt herausragend schön, also für 80 Millionen Dollar sowieso umso schöner. Er hat halt so zwei, drei Story-Sachen, die mir ein bisschen zu unterwältigt oder mich so ein bisschen unterwältigt zurückgelassen haben. Deswegen hat er mich jetzt nicht vollends überzeugt, aber waren trotzdem noch so mit einer 4 von 5 dabei. Richtig Lust ihn auch nochmal, wenn er im Januar dann in 4K zu Hause zu haschern ist, dann kommt er glaube ich einerseits als Kauf 4K und andererseits ist er dann im Disney Plus Abo drin, ey, nach vier Monaten nach dem Kinostadus, auch Wahnsinn. Ich habe nochmal auf den zu gucken. Würde mich mal tatsächlich interessieren, wie, den haben wir ja zum Glück, einer der wenigen, die wir miteinander besprochen haben in diesem Jahr. Ja, richtig, genau. Beide zum Glück im Kino gesehen. Ich würde mir richtig in den Arsch beißen, wenn ich den nicht im Kino gesehen hätte. Vor allem, ich meine, ich bin Team Sounddesign, weil mich das komplett, also das ist halt so richtig in jede A da rein und visuell, klar, da brauchen wir nichts drüber sagen. Das ist Wahnsinn. Also, ja. Jetzt haben wir über Killers of the Floor Moon gar nicht so viel gesprochen, aber ja, der ist halt relativ lang und er erzählt auch wirklich nichts Neues, aber er ist halt trotzdem gut gemacht. Er ist halt geil und er ist, wie gesagt, es ist, man merkt, dass es auch so eins von diesen Werken ist, die der liebe Herr Scorsese so aus Herzblut gemacht hat. Deswegen hat er sich da auch ein bisschen mehr Zeit genommen oder auch die Figuren ein bisschen. Manchmal verliert er sich halt dann so in der einen oder anderen Nebenhandlung, fließt dann die Kamera mehr oder weniger am Hauptgeschehen vorbei und schwenkt dann auf den Nachbarn, der hinten die, keine Ahnung, die Blumen gießt oder so und dann wird diese Nebengeschichte nochmal für fünf Minuten behandelt. Aber ansonsten, meine, keine Ahnung, der Film, ja, ich habe ihn gern gesehen, auch da, der zweite Film dieses Jahr in der Kinobar hatte ich auch über die dreieinhalb Stunden kein Problem, mir den Arsch nicht wund zu sitzen, sondern die Beine hochzulegen, deswegen. Den kann man aber auch in Etappen gucken, glaube ich, wenn er jetzt dann kommt. Ja, und ich fand auch, dass er so ein bisschen in zwei Hälften fällt, zerfällt. Er ist halt wirklich leidlich spannend, also das ist so ein bisschen das, was ich, ich hatte, glaube ich, ein bisschen mehr, also er deckt ja nichts anderes auf als die Mechanismen, die dahinter sind und das ist dann, ich glaube, der Gutes Du und auch die Antje Wessels von Kino Plus hat auch von der Banalität des Bösen gesprochen, that's it eigentlich. Das trifft es ganz gut, ja. Es ist eigentlich so, dass du von Anfang an denkst, ey, das ist doch so sonnenklar, wieso, wieso können die eigentlich noch so schalten und walten, wie sie es tun, ne? Man muss eigentlich nur einen Auftragsmord in dem Film sehen, wie der inszeniert ist und das sagt dann eigentlich alles und diese Nebensächlichkeit. Ich glaube, dass sie noch die Kamera draufgehalten hat. Aber so an sich. Keine Fragezeichen, FSK 12 hatte ich ein bisschen bei dem Sorge. Ja, also war mir ein bisschen zu, sowieso dieses Jahr irgendwie. Wir hatten das bei Napoleon bei der Besprechung. Napoleon, genau. Das explodierende Pferd und die Frau Antoniette, die dann kopflos in Paris auf dem Ding. Ja, gut, man kann FSK-Filme natürlich, FSK 12-Filme natürlich so starten, wenn man will. Naja. Ja, und wir hatten ja dieses, irgendwie war das ja das Gefühl, das Jahr der langen Kinofilme. Also, wir werden ja gleich zu unseren beiden jeweiligen Nummer 1en kommen und da sei noch eine letzte andere Menschen bei mir. Ich fand Mission Impossible 7. Ich hab, ich merke selber, dass ich das Problem und meine Erwartungshaltung mir da selber im Weg standen. Ich hab richtig Lust, auch den zwischen den Tagen nochmal zu gucken. Also, sogar deutlich mehr als Oppenheimer nochmal zu rewatchen. Tom Cruise macht Tom Cruise Dinge, nämlich sich möglichst irgendwann bei einem Stunt so sehr zu verletzen, dass er nicht mehr Filme dringen kann oder zu sterben. Also, das will ich tatsächlich nie erleben. Dem müssen sie dann auch mal ein bisschen Das wäre ein Jammer, aber er fordert das heraus. Das ist aber, glaube ich, auch so dieses Problem, das Problem dieses Films ist, ich bin ja jetzt da nicht so in dem Universum drin und es ist schon wirklich extrem viel Werbung eigentlich für den Stand gemacht worden und sowas kann dem Film dann an sich vielleicht nicht mehr unbedingt so gut tun. Und wenn sowas dann ein bisschen im Vordergrund der Werbung steht, vielleicht sollten sie das mal überdenken, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Werbung für den eigentlichen Kern machen. Weil ich meine, den Stand an sich, da kann man dann nach dem Kino drüber sprechen, weißt du? Aber nicht so, finde ich. Ist dann natürlich auch kassentechnisch von Babenheimer zermalmt worden. Paramount hat auch glaube ich seine Lehren draus gezogen. Wird auch nicht jedes Jahr passieren. Ne, absolut. Also das ist schon ein Ausnahme, ein Ausnahmephänomen, dass wir hier jetzt auch ehrlich, das finde ich so tot diskutiert, deswegen brauchen wir darüber nicht zu wussten. Wir haben es jetzt erwähnt, indem wir es erwähnt haben und dann war es das. Jetzt machen wir es natürlich in dem Sinn der Dramaturgie einmal umgekehrt. Ich werde jetzt meine Nummer 1 nennen und dann kommt Max mit seiner Nummer 1 nennen. Meine Nummer 1 hat Max auf seiner Nummer 3 gehabt. Das ist Anatomie eines Falls. Ich bin selten auf einen Film aufmerksam geworden über quasi die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda. Man redet nach Presse-Screenings mit Kollegen und redet über den Film und hört so und denkt, okay, fragt dann, war da schon die PV? Ja, sie war schon. Screener gibt es nicht und man denkt so, gut, dann müssen wir auf den regulären Kino-Start warten. Dann wieder das Phänomen hier in Flensburg gibt es eine große Kinokette, die bei weitem nicht alles spielt. Also Everything, Everywhere, All at Once wurde hier zum Beispiel nie regulär gespielt. Jetzt der gerade gestartete The Iron Claw von A24 läuft hier auch nicht. Und so war ich so ein bisschen verzweifelt und dachte schon, dass ich diesen Film erst in 2024 dann nachhole. Was natürlich jetzt nicht, ist ja nicht schlimm, wenn man einen Film ein bisschen später guckt. Aber wenn man natürlich so sich selber so ein bisschen hochhypt in fast noch nicht bekannte Sphären, dann sitzt man da und denkt, ey, kann ich den Film irgendwie noch gucken oder ist der irgendwie schon digital zum Kauf oder so? Alles nicht der Fall und auf einmal sieht man, oh, der läuft am Montag hier in einem Programmkino. Da gehe ich hin. Aufs Fahrrad. Ja, so halbwegs. Da können mich keine zehn Pferde von abbringen oder wie sagt man so schön. Damals mit Bollerwagen. Ja, da bin ich nachts immer ganz allein. Nein, da sitzt man in einem, ich sage jetzt wirklich auch, du hattest heute auch schon mal Anführungszeichen, man sitzt in einem Kino, das jetzt eher ein Raum mit großer Leinwand und Stühlen ist und sieht für mich das absolute Highlight des Jahres. Hätte ich bei weitem nicht gedacht, weil man natürlich so ein bisschen so dieses, please be good, also bitte sei doch so gut wie alle sagen und man sitzt da und denkt, der ist nicht so gut wie alle sagen, er ist für mich sogar ein Stück besser. Sandra Hüller, für mich führt kein Weg an einer Nominierung für einen Oscar vorbei. Alles andere wäre für mich eine wahnsinnige Enttäuschung. Ich habe ihn selber nur in deutscher Synchronisation gesehen, werde ihn gerne nochmal in der Originalversion sehen, weil sie ja glaube ich Englisch und Französisch dort spricht, also auch Hut ab, wenn man das kann und genau ein bisschen Deutsch und ich finde so, ey, der Film schafft das seine sehr, sehr einfache Story über auch immerhin zweieinhalb Stunden sind wir auch wieder bei einer gewissen Länge, aber er versucht nicht durch irgendwelche Effektwendungen, sondern wirklich durch so, dass sich so Stück für Stück wie so bei einem Häuten der Zwiebel, wie es damals auch Günter Gras geschrieben hat, dass du so nochmal so eine neue Schicht offenlegst und nochmal eine neue Dimension kriegst und nochmal einen neuen Blickwinkel. Das Ganze immer, finde ich, sehr funktional inszeniert, ohne jetzt on the nose irgendwie zurückhaltend zu sein oder irgendwie so in diesem momentan sehr beliebten wir drehen in schwarz-weiß in 4 zu 3, weil das alle gerade so hip und schick finden und dennoch so hat er so Sequenzen drin, wenn der Sohn das erste Mal im Verhör ist und er quasi von der Kamera eingefangen wird und die jeweiligen Fragen, dann sprich Verteidigung und Anklage, man hört sie immer nur und die Kamera schwenkt so wie bei so einem Tennisspiel. sie schwenkt zwar hin und her, bleibt aber immer auf diesem Daniel oder Daniel, je nachdem, wer ihn gerade verhört. Also sie sagt ja immer Daniel zu ihm und der Vater und alle anderen sagen Daniel und das ist so, es sind so die kleinen Kniffe, wo man so merkt, da steckt auch eine Menge technisches Wissen, technisches Know-how drin. Ich war echt, also ob man bei einem Film, bei dem es darum geht, dass eine Frau ihren Mann vielleicht umgebracht hat und angeklagt wird. Man kann da sicherlich nicht geflasht sein oder da mit einem breiten Grinsen rausgehen und dennoch hat es der Film in ein, zwei Szenen geschafft, dass ich lachen musste, weil er einfach auch nochmal so diese, diese alltäglichen Realitäten auch nochmal so, so zeigt und also auch zeigt, dass auch eine Angeklagte auch nochmal das Bedürfnis hat zu lachen, das Bedürfnis hat, eine Zigarette zu rauchen und ein Bier zu trinken und das fand ich einfach, ach, ich war echt, ich hätte es gar nicht gedacht, weil ich dachte, das wäre nicht so der Art Film, die mich so restlos begeistern könnte, weil ich ja doch irgendwie so ein Blockbuster, affinerer Mensch sonst bin. Aber für mich mein Film des Jahres, Anatomie eines Falls und ich habe alles gesagt, ich bin leer und freue mich, jetzt deine Nummer eins zu hören. Es sei denn, du möchtest natürlich noch was ergänzen. Ich habe ja schon genug über diesen Film gesagt. Ich hoffe, dass der tatsächlich, wenn er dann jetzt ins Heimkino oder ins Streaming kommt, von vielen Menschen gesehen wird, damit viele Menschen auch, ja, Sandra Hüller bewundern für das, was sie ist. Nämlich eine saugute Schauspielerin. Absolut. Ja. So, meine Nummer eins. Weiß nicht, also das Problem ist, ich stecke ja nur in meiner eigenen Haut und deswegen ist die Nummer eins für mich überhaupt nicht überraschend, weil das war, erstens mal war das mein, mein most anticipated Film für dieses Jahr, wenn du mich gefragt hättest und der hat dann auch geliefert. Es ist Ari Asters neuer drei Stunden Odyssee Epos Bo is Afraid. Da 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 da. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist Joaquin Phoenix, der zu seiner Mutter fährt. Wir haben da einen sehr langen Podcast auch dazu aufgenommen in diesem Jahr. Stu, Schlogger und ich und haben den Film ja, auseinander gepflückt, chronologisch analysiert. Der Film ist ein Werk, das ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich sowas im Kino in meiner Lebenszeit schon mal gesehen habe. Ich habe den zweimal geguckt, einmal in einer Pressevorführung, einmal mit Freunden und schon die Zweizichtung ist dann so ein Spiel, dass man auf viele Dinge, also wie sagt man das, so Wimmelbild, dass man auch die Dinge absucht, von denen man weiß, dass sie passieren werden und natürlich dann wird einem noch mehr bewusst, was da eigentlich für eine Detailarbeit in diesem Film drin steckt. Der Film hat eigentlich im Prinzip genau das, was ein perfekter Film für mich haben soll, nämlich ich muss danach aus dem Kino gehen und sagen, fuck, warum habe ich den nicht selber gemacht? Und wieso kann ich das nicht? Ich würde es so gern können. Wenn ich das könnte, wäre ich so ein glücklicher Mensch. Nee. Er ist kreativ, er ist, ich finde die, ich meine, er ist ja in vier Akte eigentlich so eingeteilt, der erste Akt mit, du hast ihn auch gesehen, oder? Ja, also der erste Akt, diese, diese, diese dystopische Panikstadt, in der er sich bewegt, die, die komplett an irgend so ein, was weiß ich, Marionettenpuppenspiel dann auch irgendwie erinnert, es ist so intensiv, also, der mag Schwächen haben dann in der Mitte, viele Leute haben, haben den Akt im Wald ein bisschen bemängelt, als zu zäh und zu lang, äh, das tatsächlich, da würde ich nicht mal widersprechen, dass es so ist, aber, er hat halt vorher sehr viel geliefert und ich finde auch dieses Ende sehr, ich, ich, ich mag es einfach, dass der, der ist, bei all seiner Kreativität ist er dann doch sehr pragmatisch auf eine gewisse Art und Weise, weil er eigentlich nur ein Ziel hat, diesen Charakter irgendwie am Nasenring durch die Kinoleinwand zu zerren und das macht er halt über drei Stunden und am Ende überlebt er nicht mal, also, naja, ich, ja, also, ich glaube am schlauesten wäre es tatsächlich die, den, den Podcast, den, den, den längeren Podcast, den Analyse-Podcast von Stu, Schlogger und mir anzuhören, da, weiß ich nicht, da wird, da schwelge ich schon und ich werde mir den sicherlich nur einige Male angucken, ich, ja, ich bin ein bisschen traurig, dass der so von vielen Kritikern doch sehr, also, dass der so, wie sagt man, der hat kaum Graustufen in der Kritik, der ist entweder eine 5 von 5 oder eine 1 von 5 und ich finde, dass der auch in der Mitte sehr viel mehr verdient hätte eigentlich und, ja, aber es sind unsere Zeiten. bin ich lustigerweise bei dir, weil ich bin, ne, Mitte nicht, also ich fand den schon, eine 7 von 10. Ja, so eine 7,5, vielleicht eine 8 von 10, weil er, er hat schon deutlich Längen, also er ist schon, schon schwer, also, es gibt ja 3 Stunden und es gibt 3 Stunden und bei, ich finde, du hattest ja eigentlich in der, auf unserem Discord auch so ein bisschen Werbung dafür gemacht, dass man bei dem Film vielleicht mal diese, diese Zeitdebatte mal sein lassen kann. Scorsese hat das ja auch dieses Jahr gesagt, ich meine, man guckt sich 4 Folgen TV an, aber beschwert sich, dass man ja 200 Minuten Killers auf der, oder 210 Minuten Killers auf der Flower Moon am Stück sehen muss. Passt irgendwie nicht, hat er auch recht, nur finde ich, dass bei Bo die Längen schon ein bisschen spürbarer waren, also der fängt wirklich ja grandios an und hat so eine, sorgt so richtig für Unruhe, für Unwohlsein und man hat so wirklich selber das Gefühl, man ist so mit dabei und dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist wahrscheinlich etwas positiver und etwas mehr drin gewesen, mir nimmt der Film mit seiner Laufzeit so dieses Gefühl, dass ich so mittendrin statt nur dabei bin und er macht dann sehr viel, also sehr viel Psychoanalyse und sehr viele Inspirationen nimmt er sich aus paranoiden, Albträumsequenzen oder solchen Vorstellungen, weil man hat auch ein bisschen das Gefühl, als wenn Ari Aster einfach seine seine schlimmsten Albträume hintereinander verfilmt hätte. Best of. Worst of sozusagen, genau. Aber der hat immer noch so viel visuelle Ideen, die wahrscheinlich viele RegisseurInnen gar nicht im Laufe ihrer Karriere in eine Filmografie schaffen, das macht er in einem Film, deswegen ich habe ganz, ganz viel Respekt vor der vor der schöpferischen vor der schöpferischen Kraft von Ari Aster. Mich hat der halt von seinen bisherigen drei Langspielfilmen ein bisschen weniger bekommen als vor allen Dingen Hereditary und auch Midsommar, aber dennoch, ich finde jeder, der was mit guten Filmen anfangen kann, der vielleicht eher so in der Liga David Lynch was mitnehmen kann, als vielleicht beim vorhin schon zwei, dreimal erwähnten Nolan, der doch ja sehr viel auserklärt und auserzählt, das macht Ari Aster halt genauso wenig wie David Lynch, da ist einfach Raum für Interpretation und das macht es halt auch irgendwie dann aus, finde ich. Also mir hat er gut gefallen, ich habe richtig Lust ihn nochmal zu gucken, ich habe ihn glaube ich relativ kurz nach Kinostart zu Hause digital on demand mal gesehen im Original, ich müsste ihn glaube ich nochmal im Original mit Untertiteln gucken, um alles zu erfassen, deswegen habe ich auch bei dem von mir genutzten, übrigens von so hören, Max ist nicht bei Letterboxd, ihr müsst ihn mal anschreiben, dass er da unbedingt hinkommen muss. Was soll ich dann bewerten? Ich bin ganz schlecht. Alles bewerten. Ja das Ding ist, wie sagt man, das Maintenance Problem, ich fange dann immer stark an und lasse dann sehr schnell stark nach, ich bin so wie, gibt es eine Fußballanalogie, ich bin der Heiko Westermann des Letterboxens. Du bist der BVB, würde ich momentan so sagen, der BVB des Letterboxens, aber das ist nicht schlimm, das bin ich auch. Das bin ich auch. Warum habe ich das eigentlich erwähnt? Ja, weil ich den, genau, den habe ich bisher keine Sternebewertung zukommen lassen, weil ich den gerne noch ein zweites Mal sehen möchte. Der ist also wirklich gut, richtig guter Film, muss man sich aber darauf einlassen, kann auch in der falschen Stimmung, wenn man irgendwie gerade Stress mit seiner Mutter hatte, sollte man vielleicht nicht über den gucken. Nee, Muttertagsfilm ist kein gutes Muttertagsgeschenk. Nee, gar nicht, also wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Ja. Aber es steckt halt so wahnsinnig viel drin, dass man den wirklich auch mehrmals gucken kann und auch mal gucken sollte. Und ich möchte hier auch noch mal den Humor hervorheben, der wird zwar immer wieder, aber ich habe bei dem Film auch unglaublich viel gelacht und ja, ich glaube, dass wir beide auch in einem Feld des Humors unterwegs sind, das sehr viele Überschneidungen hat und dieser, zumindest der Teil des absurden Humors, der wird da gekitzelt. Ja, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Schwarz und absurd. Ja. Und darf ich noch eine Kleinigkeit sagen? Aber immer doch. Nämlich, ich hätte ja fast einen geteilten Platz 1 gehabt. Richtig. Ja. Wenn ich, ich habe Poor Things von Jorgos Lantimos gesehen in der Pressevorführung. Ja, du sagst. Und ja, und der startet ja in Deutschland erst im Januar 24. Deswegen habe ich den dann nicht mit reingenommen. Aber, und ich will mich da jetzt schon mal, das können wir jetzt als, haben wir jetzt auf Tonband aufgezeichnet. Ich wollte gerade sagen. Okay. Wir haben das auf Tape. Gehe ich jetzt mal aus dem Fenster. Ich glaube, dass Poor Things die Top 1, den Top 1 Platz im nächsten Jahr bei mir übernehmen wird. Ich glaube, das ist einer der besten Filme, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und das ist so, wie du sagtest, bei Three Billboards. Ich bin da auch rausgekommen. Oder wie, wie ich damals bei Everything, Everywhere, All at Once. Du gehst raus und weißt, dass du was ganz Besonderes gesehen hast. Ja, okay. Und das hatte ich halt bei dem jetzt auch. Er hat es leider nicht geschafft, aber das ist jetzt so die erste, wie sagt man, Sehempfehlung für alle im Januar, die das hier hören. Schreibt euch den auf die, in die Terminkalender rein. Schaut ihn euch an. Und es gibt auch ein gutes Interview derzeit, ich glaube, Vanity Fair, Directors on Directors. Jorgos Lantimos interviewt Ari Aster. Ja. Kann nur gut sein. Ja. Das ist, ja, was man erwartet, glaube ich. Ja. Ja, es ist ein Graus. Er lief natürlich zu einer Zeit in einer Presseverführung, in der einfach keine Möglichkeit war, dass ich daran teilnehmen kann. Aber ansonsten hat der gutes Duo hast du und hat auch der Rest Film-Bubble gefühlt bisher alles dafür getan, dass wir jetzt auch einen sehr, 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 sehr schönen, smoothen Übergang in so vielleicht diese ein oder zwei most anticipated aus unserer, aus unserer oder von unserer Wahl das wird auf eingehen. Poor Things ist bei mir relativ weit oben. Ich habe ehrlich gesagt, es wird meine Lantimos in Jungferung. Ich habe noch keinen von ihm gesehen. Boah, dann steigst du richtig gut ein, muss ich sagen. Es ist halt die Frage, ob ich mir, also Killing of a Sacred Deer liegt seit, glaube ich, seit ein paar Jahren auf meiner Watchlist und ist immer mal wieder kurzzeitig in der Arte-Mediathek und ich denke, jetzt guck ihn doch mal und dann finde ich einfach nie die Muße und die Zeit. Also meines Erachtens brauchst du keine Vorbereitung. Nö. Die sind alle eigenständig, also ja, natürlich sind die eigenständig, das ist ja kein Prequel, Sequel, Sonstiges. Nicht das große Jorgos Lantimos Cinematic Universe. Nee, wie das aussehen wird, ständig verfahren. Nee, den kannst du ja auch als Entjungferung nehmen. Ich würde es dir sogar empfehlen. Das ist dann so ein Alleinstellungsmerkmal, das du hast. Kannst du deinen Kindern später noch von dir erzählen. Ja, die werden hoffentlich genauso cineastische Begeisterung irgendwann bekommen oder wenn sie haben wie ich. Ja, wie gesagt, der ist wirklich, sagen wir so, in dieser Award-Kategorie oder in der Sorte von Filmen, wo es ein bisschen gehobenerer Anspruch ist, ist der halt schon weit oben. Ich habe ein bisschen Lust auf Priscilla, muss ich sagen, von Coppola, der ja auch schon auf einigen Festivals lief und auch in die Awards-Season reinkam. den neuen Polanski habe ich schon gesehen, da sage ich aber lieber mal nichts zu. Darfst du nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich darf, aber ich möchte auch nicht. Okay, muss der auch nicht. Nö, dann, dann nicht mehr. Ich weiß nicht, hast du diesen All of a Stranger schon gesehen? Ne, das ist, er hat der Film, den glaube ich Stu schon 17 Mal angeguckt hat. in jede Vorführung reinfährt, bis die Tränensäcke leer sind. Es ist Stu's A Sound of Freedom. Ich glaube, er hat mal Kinoseele gebucht und verteilt Tickets. Nach dem Motto, nee, ich glaube, es ist sein Film des Jahres in diesem Jahr, auch wenn der erst nächstes Jahr rauskommt, aber seine Listen funktionieren anders als unsere. Es ist ein anderes, eine andere, eine alternative Realität. Aber jemand, der 170 Mal im Jahr ins Kino rennt, dem sei es gegönnt, der darf machen, was er will. Grüße an dieser Stelle habe ich auch. Aber ja, der ist für mich, den will ich sehen, also der, wenn er rauskommt, ich will den allein schon sehen, um mit Stu drüber zu reden. Ja, das kann ich echt verstehen. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf diese beiden Filme. Ich sage mal so, im Blockbuster-Gefilten hätte ich natürlich jetzt, weil ich schon dreimal drauf rumgehackt habe, gefühlt, Dune 2, glaube ich, startet irgendwann im März. Und rund um meinen Geburtstag. raus. Ich glaube so einen Tag, zwei Tage davor, vielleicht gehe ich an meinem Geburtstag in Dune. Was gibt es denn Geileres? Ich muss ja ehrlich sagen, ich schiebe ja den Rewatch auch so auf mich, vor mich hin. Ich habe so Lust, Dune noch ein zweites Mal zu gucken. Aber ich möchte es gerne extra vor dem Start des Zweiten dann machen. Eventuell sogar, wenn es gibt, irgendwie so eine Double-Feature im Kino. Ich habe wirklich richtig Lust dazu. Ich nehme noch einen aus dem Sommer, also aus dem klassischen Blockbuster-Gefilten. Ich muss sagen, auf diesen neuen Godzilla vs. Kong habe ich nicht mehr so viel Lust, weil der Trailer mich nicht so ganz gekriegt hat. Ich glaube aber, dass eventuell, weil ich von David Leitch auch Bullet Train so gern mochte, dass The Fall Guy was für mich werden könnte. Ich meine, seien wir ehrlich, wer den Trailer gesehen hat, ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall ist. Das ist der Ryan Gosling-Film. Ja, okay, Drive 2. Ja, sozusagen. Der Trailer ist eigentlich der Film. Es ist halt, glaube ich, ein dreieinhalb-minütiger Trailer und du weißt, glaube ich, danach alles über den Film und trotzdem ist das irgendwie... Oh, der könnte ganz spannend sein. Ja, ich glaube auch. Was heißt also ganz angenehm, amüsant, schnell? Ich glaube genau, er ist lustig, wenn Ryan Gosling in seinem The Nice Guys Modus ist, hat er auf jeden Fall ein bisschen an Bord. Der ist... Ryan Gosling ist für mich eh... haben wir noch gar nicht gesagt, aber seit Barbie müsste es jedem klar sein, dass der eigentlich so ziemlich alles spielen kann. Nicht nur Ryan Gosling. Ja, das stimmt. Wobei ja Barbie auch eben ähnlich wie Oppenheimer nicht so viel abgewinnen konnte wie der große... Aber es lag sicher nicht an ihm, oder? Nein, nein, absolut nicht. Und dann würde uns, glaube ich, der schon mal erwähnt, dass du steinigen, aber es ist auch wirklich so, dass mich selbst der von vielen ein bisschen kritisierte Trailer zu Furiosa... Ich glaube, er hat noch den Untertitel A Mad Max Saga von George Miller. Startet, glaube ich, am 23. Mai. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Und ich bin jemand... Ich hab Furio zwar nur einmal im Kino gesehen, aber zu Hause schon... Ich mag gar nicht sagen, wie oft... Und wie oft ich eine gute Zeit hatte. Und selbst der von vielen noch so ein bisschen aufgrund seines Uncanny Valley CGI oder an ihm herumgemäkelten Trailers... Ich hab den beim ersten Mal gesehen und dachte, mhm, und nach dem zweiten Mal... Ich hab den wirklich leichter nach normal gesehen, den Trailer. Ich hab Bock. Ich bin dabei. Da muss ich jetzt mal ein bisschen aus professioneller Sicht alle beruhigen, das CGI, das ihr da im Trailer seht, ist nicht das CGI, was am Ende wirklich rauskommt. Da wird jetzt grad schön brav noch gerendert und es dauert. Wie ein guter Kuchen. Teig. Genau so ist es. Keine Ahnung. Ja. Ansonsten, es gibt ja noch im August einen neuen Alien-Film von Fede Alvarez, der ja dieses Evil Dead Remake oder Reboot inszeniert hat. Ich weiß nicht, wie da du... Es ist ein spannender Regisseur, weil der ein sehr... Ja, auch so ein haptisches Bild, das er uns liefert. Von dem her mag ich das. Könnte mit Alien sogar wahrscheinlich sogar besser funktionieren, als mit dem Don't Breathe oder... Na, was hast du grad gesagt? Evil Dead? Genau, Evil Dead, genau. Weiß nicht, weil Alien könnte sogar noch eine Stufe dadurch, dass es halt eben dieses unrealistische irgendwie noch... Also dieses Sci-Fi. Würde mich mal spannend interessieren, was da... was da draus gemacht wird. Sag mal, wie stößt du denn zu dem Todd Phillips-Joker mit Joaquin Phoenix, der kriegt ja auch eine Fortsetzung dieses Jahr. Bist du an Bord, hast du Bock? Ich werde mal angucken, aber ich muss auch sagen, wahrscheinlich eher ein bisschen der Chronist in mir. Also, Joker, ich fand den Film, der war okay, der hat es aber bei mir nie in irgendwelche Top-Listen geschafft. und die Schwächen, die ich bei dem ausgemacht habe, die waren für mich sogar, sogar die Schwächen waren für mich nicht bemerkenswert genug, dass ich die irgendwie dann groß in die Welt rausposaune oder mich drüber aufregen wird. Von dem her, ist halt so eine Joaquin Phoenix-Show gewesen, die, weiß nicht, keine Ahnung, hat auch zu viel von seinen Vorbildern kopiert oder versucht, die zu simulieren. Vielleicht wird es beim zweiten ein bisschen anders. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so das Zusammenspiel zwischen Phoenix und Lady Gaga so ein nettes Element wird, aber ansonsten ist es jetzt nichts, auf das ich jetzt wirklich warte, glaube ich. Du warst ja jetzt auch nicht so der Joker-Mega-Fan. Nee, ich war ja auf dem anderen Ende sogar der Skala und ich glaube ja, dass es so ein bisschen Musical-Streusel bekommt, dieser zweite Joker-Film und das ist jetzt etwas, was jetzt nicht so unbedingt mein liebstes Genre ist. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube tatsächlich, dass man, also, wenn man ja schon bei Joker wusste, dass nun The King of Comedy und Taxi Driver so ein bisschen Brüder oder Schwippschwager im Geiste waren, dann wird wahrscheinlich Todd Phillips auch hier wieder irgendwie einen bekannteren Stoff im Hintergrund so ein bisschen verwoben haben. Ich bin vorsichtig gespannt. und I don't want to live in Gotham, I don't want to live in Gotham. Keine Ahnung, was da kommt. Da können wir mal Vorschläge liefern. Ja. Wir haben jetzt natürlich, also hast du noch irgendeine auf deiner Watchlist irgendwas, was du, ja, 24, es gibt ja noch einen neuen Shyamalan, aber da habe ich noch gar nichts von gehört. Ja, der kann ruhig kommen, den snack ich auch so zwischen zwei, zwei erwartbaren Filmen weg. das Shyamalan ist so ein, ist ein Snack. Ja, also dadurch, dass ich jetzt diesen Sick of Myself vor kurzem gesehen habe beim Movie, interessiert mich jetzt der Dream-Szenario mit Nicolas Cage noch mehr, weil Sick of Myself war ein sehr, sehr, also, also, große Arschloch-Quote in dem Fall. Bin nochmal gespannt. Also, Charaktere kann der schreiben. Von dem her bin ich mal gespannt, was er aus Nicolas Cage macht. Ansonsten ist bei mir tatsächlich Dune auch weit vorn. Und dann bin ich schon mal sehr schlecht informiert, was im nächsten Jahr alles kommt. Ich glaube, Zone of Interest dürft's noch mit auf die Top-Liste packen, aber den auch nur, um mal wirklich ein paar schlechte Tage dann zu erleben. Ja, das kündigt sich bei dem Film ein bisschen an, glaube ich. Sehr leicht. Also, wer da mit Lächeln rausgeht, der soll vielleicht umdrehen und dem Film nochmal kommen. Ja. Ja, aber ansonsten. Weiß ich, Dream-Szenario hatte ja, glaube ich, vor kurzem sogar schon die ersten Pressetermine in Deutschland. Da habe ich jetzt noch gar nichts von gehört, ob die irgendwie gut ankamen und so. Mal schauen, was uns da erwartet. Ja. Kommt da, ich glaube, der Ferrari, der kommt auch erst bei uns nächstes Jahr, oder? Oder kommt der noch Ende dieses Jahr? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß das auch nicht, weil mich der irgendwie, ich bin jetzt auch im Zuge des, dieser Podcast-Verbreitung mal natürlich bei befreundeten Filmseiten so ein bisschen in die Jahresvorschau gegangen und ich kann das natürlich auch übersehen haben, aber ich sehe zum Beispiel ein bis vor kurzem von mir nicht wahrgenommenes Remake von Die Farbe Lila, was ich nicht brauche. Ich sehe was, dass wir einen zweiten Beetlejuice kriegen, was ich nicht brauche. Aber ich finde diesen Ferrari-Film von Michael Mann, also über den reden wir gerade mit Adam Leiber, ich finde dazu nichts. Also Michael Mann geht immer bei mir. Eben, das ist tatsächlich, finde ich das eigentlich das Spannende, an dem Film, denn ich weiß nicht, irgendwas kriegt der schon Gutes bei raus und ich, vor allem, ich finde es auch lustig, nachdem ich House of Gucci gesehen habe, Adam Driver nochmal als italienischen Patriarch zu erleben. Ja, ist ja schon von vielen auch wieder kritisiert worden, dass die Besetzung da nicht, ja wie soll man sagen, nicht so sehr auf Muttersprachler setzt oder auf eine natürlich italienische Person, die das verkörpern kann. Aber ey, komm, es ist halt fucking Adam Driver. keine Ahnung, dann soll der nächste Star Wars Bösewicht, soll dann Italiener sein. Ist auch gut. Das ist eine gute Idee. Würde ich unterschreiben. Ansonsten habe ich noch so einen kleinen Insider, aber es ist eigentlich auch kein richtiger Insider. Ich glaube, im März kommt der neue von Ethan Coen, Drive Away Dolls. Den hatten wir, meine ich mal, in Trailerama drin. Ja, stimmt. Oh Gott, um was ging es denn da? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Irgendwie so ein paar. War der Lebowski-mäßiger? Ja, ich hatte, ich hatte definitiv Lebowski-Vibes und ein bisschen Arizona Junior-Vibes und ich muss sagen, ey, ich glaube, der sollte ja im November starten, dann ist der wie so vieles wieder verschoben worden. Aber ich habe Bock. Ich glaube, der kommt irgendwie Anfang März ins Kino, schwankt so zwischen Komödie, Roadmovie und Action und ich habe Bock. Also ich habe die Coen-Brüder ein paar Jahre ein bisschen wieder gemieden, aber jetzt bin ich wieder ein bisschen an Bord. Ich habe echt Bock. Also ich komme immer wieder zu ihnen zurück, von dem her. Ja. Passt das schon. Ja, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, was in diesem Jahr gibt es. Das Problem ist, 2023 haben wir so viele Größen etwas rausgehauen. Ich weiß nicht, ob Ridley Scott vielleicht jetzt jedes Jahr einen Film macht oder? Gladiator 2 nächstes Jahr gegen Jahresende soll kommen. Ach stimmt, der Nosferatu kommt doch auch noch Ende nächstes Jahr. Richtig, Igas ist auch noch am Start. Also da ist so, es erwartet uns wieder eine ganze Menge Zeugs. Ansonsten machen wir hier glaube ich mal einen Deckel drauf, streiben eine Null auf Dude, bevor wir uns endgültig in Erinnerungen und vor allen Dingen in Vorausschauen schwelgen. Das können andere besser. Ja, Wahrsager, Nostradamus. Zum Beispiel. Den muss man auch. recht. Also fast immer. Aber ganz sicher, der weiß auch jetzt schon, wer die Oscars gewinnt. Ja. Und der nächsteste Europameister bei den Fußball-EM der Herren wird. Die Spanier natürlich. Selbstverständlich. Das ist ein Hot Take, da nageln wir dich genauso fest wie auf die 1 fürs nächste Kinojahr. Machen wir. Ja, ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören bei unserem kleinen, lauschigen, intimen, fast schon wie Lanz und Prechtschen Jahresrückblick auf das Kinojahr 2023 oder auf das Filmjahr 2023. Na, ich schiebe mir jetzt noch einen Bratäpfel rein. Ich habe natürlich nicht begonnen mit Max, wo erwische ich dich gerade, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Wo du mich erwischst? Ja. Beim Brat, ich trunke gerade neben mir her schon die Bratäpfel in den Sirom. Lass die abkühlen. Je nachdem, wann ihr uns hört und wann wir diesen Podcast überhaupt auch veröffentlichen, das wissen wir nämlich noch gar nicht, wünschen wir euch wahlweise entweder einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hoffen, ihr hattet ein paar schöne Feiertage oder aber ich hoffe oder wir hoffen, ihr seid gut in das neue Jahr gekommen, freut euch auf das neue Jahr, seid gesund und munter, das ist das Wichtigste. Abonniert auf jeden Fall den Tele-Stammtisch, uns gibt es da, das Max, das sagst du am liebsten. Wo gibt es uns nochmal? Warte mal, ich muss mal kurz nachschauen. Überall, wo es Likes gibt. Ja, das hast du nicht ganz richtig vorgelesen, da steht Leakes, aber egal. Ach so, ja, Entschuldigung. Ist in Ordnung, es sei dir vergeben. Ja. In dem Sinne, bis bald. Softin. Für unsere ASMR-Fans. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.